Spontane Selbstheilung des Wunder-Akkus auf der Gegenseite. Hier ist der Anycast, Folge 2 hoch 4, glaube ich. Ich bin Renke Brundt und da ist er, der mit dem Akku, der wieder jetzt spontan selbst gewundert ist. Dennis Mohart. Moin Moin. Öh. Dennis, der Akku läuft ja wieder. Nee, ich hatte eben gerade falschen Knopf gedrückt. Also du hast ihn jetzt wieder angemacht und ist er wieder aus. Ja, super. Da haben wir ja wieder was geteasert hier. Guten Tag, Europa. Nee, was hat der Dings noch einmal gesagt? Wer denn? Der Spacken aus Baden-Württemberg mit dem ESO-Sender. Ach, du meinst hier. Aha. Ich weiß jetzt nicht. Ja, der. Hornauer. Ja, ja. Das ganze deutschsprachige Europa. Das hat er immer begrüßt. Finde ich, kann man... Hallo, Dachraum. Hallo, deutschsprachiges Europa. So. Genau. Wie sagte Volker Kauser schon so schön, Deutsch in Europa wird wieder Deutsch gesprochen. Punkt. Man hat vielleicht gerade schon gehört, diesen etwas unprofessionellen, wie nennt man das hier? Klacker? Nee, so meine Stimme hat so ein bisschen gemacht. Das liegt daran, ich esse noch. Das tut mir furchtbar leid. Ich kann aber kurz erklären, warum das nötig war. Es war heute ein sehr stressiger Tag für den Herr Brun. Oh ja. Es war wie ich grauenhaft. Also ich bin heute Morgen zur Arbeit gefahren, so wie man das so macht, wenn man irgendwie Geld verdienen muss, weil man kein Barwerk mehr kriegt. War das ein Seitenhieb? Nee, ich wollte... Eigentlich will ich damit nur Mitleid erzeugen, aber das ist ja, glaube ich, kann man ja eh vergessen. Weil ein BAföG ist gestern gekommen. So in so einer Lohntüte, in so einem hier Briefpapierumschlag. Nee, nee, nee. Aufs Konto. Aufs Konto. Ach, das ist ja richtig modern. Ja. Ich habe ja auch immer BAföG aufs Konto bekommen. Damals. Damals. Damals im März. Ja. So. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren, fahre also mit meinem Fahrrad, wie das der Öko-Dings-Biologie-Umweltbewusste Mensch von heute so macht. Du kannst dir so kein Auto leisten. Nee, bei uns ist der Bus einfach nicht im Semesterticket mit drin, deshalb fahre ich Fahrrad. Ja, stimmt, ja. Und dann fuhr ich so an der Hauptstraße entlang, auf dem schönen Fahrradweg, der hier in Göttingen eingerichtet ist. Und auf einmal sagt es so, fupp, 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 fupp. Was ist passiert? Ja, irgendwas hat gescheuert, habe ich gemerkt. Ich wusste aber nicht, was es war. Und habe gedacht, was ist denn das? Und dann habe ich gedacht, ich bin nicht irgendwo gegengestoßen oder es hat wieder irgendein Vollidiot gegen mein Fahrrad getreten. Es ist da irgendwie ein Ei drin oder so im Rad und jetzt schabbert das immer an die Seite und dann platzen wir nachher da Reifen oder so. Aber. Und war es nicht. Reifen war, also hier Felge war quasi noch gerade. Aber ich stieg dann ab, um mal nachzuschauen, weil die Geräusche gingen nicht weg und das hat mich einfach irritiert und merkte, oh Gott, oh Gott, vorne geht die Luft raus. Und sehe dann, dass ich mir irgendwie so ein halb Zentimeter langes Riesenteil einfach mal durch den Mantel in den Schlauch reingefahren habe. Und dann war der Reifen platt. Und dann musste ich immer noch ein... Wo bist du denn lang gefahren wieder? Hier, Rheinhäuser Landstraße. Aber das ist doch keine Fötterpiste. Naja, eigentlich nicht, ne? Aber das war ein Riesenglassplitter, wie wir dann später beim Fahrradhändler gemerkt haben. Aber die Geschichte ist doch nicht vorbei, weil ich bin dann in die Stadt und denke mir so, also zwar schräg gegenüber ist noch so ein Fahrradladen, aber der machte er später auf, das wusste ich. Also habe ich gesagt, naja, auf dem Weg zur Arbeit ist in der Stadt noch so ein Fahrradgeschäft, da kannst du mal hingehen und das Rad da abgeben. Und dann war ich da und gucke auf die Uhr, ja, es ist halb zehn, aber da ist doch noch alles zu. Naja, wenn die jetzt um, nee, war halb neun, Entschuldigung. Und wenn die jetzt um neun aufmachen, habe ich mir gedacht, dann wartest du ja für eine halbe Stunde. Kannst du natürlich vergessen, haben wir dann erst um halb zehn aufgemacht, stand dann auf der Homepage, wo man auch erstmal irgendwie ewig suchen muss, bis man findet, wann die Öffnungszeiten sind. Ja, die haben eine Seite, das muss man sich mal vorstellen. Wir über uns, ja, da denke ich doch, schreibt man doch mal irgendwie was ein bisschen zum Laden. Eigentlich gehört sowas natürlich auf die Hauptseite. Da sind wir uns ja einig. Aber da, zumindest bei wir über uns hat's doch irgendwo zu stehen. Nee, kannst du vergessen, das war dann irgendwo unter Kontakt oder so. Ruhig. Wie geht's noch oder so. Unter Anfahrt stand's auch nicht. Also total wahnsinnig. Wie dem auch sage, habe ich mein Rad irgendwo in der Nähe angekettet und bin zu Fuß zur Arbeit marschiert. Und dann musste ich noch Arbeit tun, völlig wahnsinnige Grafiken erstellen mit Excel und dann eine Präsentation daraus formen für meinen Chef. Was eklig war, weil viele Zahlen und Excel, also ich glaube, da muss man nicht länger erklären, warum das jetzt nicht so schön war. Und dann musste ich ja irgendwie nach der Arbeit noch mein Fahrrad zu diesem scheiß Fahrradladen bringen. Und dann musste ich nach Hause fahren und dann musste ich noch Papier wegbringen. Und dann, was habe ich noch gemacht? Einkaufen, weil ich brauchte noch was zu essen. Ja, und jetzt isst du. So, und jetzt esse ich gerade. Und deshalb esse ich und deshalb werde ich mich ab und zu mal ausmachen. Das klingt dann ungefähr so und dann kann ich mich auch, also, ne, das war jetzt eine Demonstration meines magischen Knopfes, der die Luft, also quasi mir den Strom zum Sprechen nimmt. Ja. Und, äh, und dann schalte ich mich immer dazu, damit die Schmatzgeräusche nicht ganz so laut sind. Das war heute mein schlimmer Tag. Und, um jetzt mal die Brücke zu unserem ersten Thema zu schlagen, ich baue hier nämlich die Themen um, weil Dennis hat wirklich keinen Akku mehr und hat halt gerade noch notdürftig etwas ins Pad geschrieben, aber jetzt ist, glaube ich, wirklich vorbei. Also vorhin, gerade stand noch 54 Minuten, aber jetzt ist er wieder ausgegangen. Tja. Wie alt ist denn das Ding überhaupt? Äh, eineinhalb Jahre. Also der Akku, das Problem ist, der Akku war nur bei 20 Prozent. Wenn der Vollladen ist, dann habe ich meistens drei bis vier Stunden. Hm. Schon. Aber, wir wissen ja, wer es mit den Akkus ist, die versprechen uns ja schon seit Jahrzehnten, dass die jetzt alle besser werden und, oh, hier überhaupt keine Verluste mehr und du kannst den Akku immer wieder aufladen und alles hier wie neu und Lithium, Ionen, Polymer, äh, Zink, Kohle, sonst was, Batterie, aber kannst alles knicken, ist alles scheiß. Das Einzige, was geil wäre, wäre so eine Brennstoffzelle. Ja. Aber wer will schon zur Tankstelle fahren, äh, damit der Laptop wieder läuft? Ja, gäbe es, gäbe es, hätte es damals bei der Erfindung des Automobils Akkus gegeben, ordentliche, würden wir heute schon mit Elektroautos fahren. Weil der Herr Benz... Gute, äh, Idee. Ja, kann sein. Weil der Herr Benz den Elektro, oder sich erst ein Elektroauto gedacht hat. Ach was. Ja, aber dann hat festgestellt, naja, ähm, wie speichert man die Energie? Und so ist es dann zum Benzinmotor gekommen. Oder so ähnlich. Aber, also wer ist Akku, ähm, der Akku ist ja eine Erfindung der Neuzeit. Und das Auto ist ein bisschen älter. Ja, aber es gibt ja, nee, weil diese Zink-Kohlebatterien, die kommt man, glaub ich, nee, die kann man nicht aufladen. Ja, aber die waren riesig. Ja, aber die kann man auch nicht aufladen, glaub ich. Was das erste war, waren, glaub ich, die richtigen Blei-Akkus. Genau, damit sind noch Züge gefahren. Es gab richtige Akku-Züge. Akku-Züge? Ja, es waren so... Wie groß war das denn, bitte? Naja, die Züge waren so, wie du heute kennst, diese roten Linz. Die so fahren zwischen den regionalen Städten hier in Göttingen auch. Ja. Und die bestanden, der Boden war komplett aus diesen Blei-Akkus. Und die hatten eine kleine Reichweite, 50er Jahre, und die Bahn hat sie bis 70er Jahre benutzt, die Dinger. Also richtige Akku-Züge. Krass. Tja. Die Bahn war schon mal... So fortschrittlich, und das schon vor so lange her, also hier früher. Und jetzt fahren sie scheiß Regionalbahnen mit Diesel. Naja, aber das Problem wird sich ja wahrscheinlich bald einfach durch die Preise von selbst beenden. Denn, aber um mal die Brücke zu schlagen zum ersten Thema, danach ist ja Wochenende. Weil ich habe jetzt, ich muss morgen nicht mehr, also ich muss noch schon arbeiten, aber das kann ich auch von zu Hause machen. Du fährst in die Heimat. Genau, deshalb fahre ich am Wochenende schön nach Ostfriesland. Und verbringe da zwei, eineinhalb ruhige Tage und fahre dann Montag zurück. Habe da ein bisschen Vorlesungen, packe da meine Sachen. Und Dienstag, am 1. Mai, geht es nach Berlin. Für mich ist es ähnlich. Ich fahre jetzt auch morgen nach Hause, nach das Gitter, und dann geht es nach Polen zu einer polnischen Hochzeit. Oh, das ist echt, ich bin so neidisch, ne? Zwei Tage lang Alkohol und Essen. Ja, nee, 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 das musst du immer auch spezifizieren. Hochprozentiger Alkohol und fettiges Essen. Also geiler geht es doch nicht. Ja. Ja. Und ich passe in meinen Anzug gefühlt zweimal rein, das heißt, ich kann ordentlich konsumieren. Warst du hier bei Jack Wolfskin und hast dir so ein Zelt gekauft? Ja, so in etwa. Nee, ich habe noch einen älteren Anzug. Ich habe den zufälligerweise, das ist das Geile. Du warst mal noch dicker. Ja. Und, äh... Meine Fresse, du passt ja jetzt schon kaum durch die Tür. Ja, es ist unglaublich. Ähm, nee, ich habe, den habe ich für 10 Euro gekauft, diesen Anzug. Und zwar gibt es in der Nähe von Salzgitter, in der schönen Stadt Längede, gibt es einen, so, da kannst du Klamotten per Kilo Preise kaufen. Und da habe ich diesen Anzug gefunden, der genau passte. Super, Top-Qualität, der ist, glaube ich, von irgendeiner Firma oder so. Weil der auf Kilo läuft, habe ich dafür mit irgendwie, mit den Schuhen, äh, 12 Euro bezahlt. Unglaublich, oder? Pro Kilo? Ja. Du bist ein Metzger, oder was? Nee, das sind halt Wühltische, aber die Anzüge hängen auf Haken. So Restposten-Kram, oder was? Nee, nee, das ist, äh, so Second-Hand halt. Ach so. So ein Altkleiderlager. Pro Kilo? Da kaufst du pro Kilo. Wie geil ist das denn? Warst du noch nie in so einem Laden? Nee. Scheiße, das ist... Ich war mal in Münster im Titus-Outlet. Ja. Also Titus, weiß nicht, kennst du? Ja, klar. So Skater-junge-Menschen-Mode, so in die Richtung. Und, ähm, da mussten wir irgendwie ganz weit rausfahren. Da war es auch günstig. Da habe ich glaube mal auch, hat mir meine Mutter auch einen Pulli für, weiß ich nicht, wenig Geld gekauft. Nee, 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 also diese Klamotten, also dieser kleine Laden, das ist halt, die bekommen halt diese Klamotten halt aus diesen Containern, wo man glaubt, dass die für die Bedürftigen sind. Ja, ja, die werden ja verklappt. Richtig. Und da kaufst du das Zeug auf Kilo. Nur die ganz guten Waren kommen zwei Etagen höher und da werden sie für Stück verkauft. Ah, was? Ja. Ja, interessant. Muss man eigentlich mal hinfahren. Und da habe ich einfach diesen Anzug per Zufall, weil ich von einer anderen Hochzeit nochmal vor einem halben Jahr, ich bin kein Anzug-Fan. Ich sehe halt drin aus wie ein fetter Pinguin. Wortwörtlich. Ja. Und, äh... Ist bei mir ähnlich. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, na... Nur, dass ich 20 Zentimeter größer bin. Ja, gucken könnte man ja. Und gleich den ersten perfekt gepasst. Nur die Hose musste um zwei oder drei Zentimeter gekürzt werden. Ist geschenkt. Eben. Äh, ja. Gute Sache. So bin ich zum Anzug gekommen. Auf jeden Fall fährst du nach der Hochzeit dann irgendwann... Nach Berlin. Nach Berlin. Und zwar auch am Dienstag. Im Zweifel am Dienstag, ja. Was ist denn überhaupt in Berlin, Dennis? Und jetzt erzähl mal, während ich in Ruhe aufesse. In Berlin? Berlin ist nix. Nee, natürlich, in Berlin ist ab nächster Woche, ab 2. Mai bis zum 4. Mai die Republika. Das Twitter, Blogger, ähm... Die Netzgemeinde trifft sich. Das Klassentreffen, das Große, das Alljährliche. Und dieses Jahr findet es in einer Station statt. Das ist so eine schicke Industrielocation in Kreuzberg. Also es ist eine abgewagte Lagerhalle, die man ziemlich gut umbauen kann. In der es reinregnet. Ähm, und es soll irgendwie einige hundert Sessions geben an den Tagen. So, so von Netzgesellschaft, äh, digitalem Zeug, äh, Digikultur, äh, Twitter, Soziosphären, Trolling, alles so das Ganze, was das Netz bewegt. Und, ähm, da fahren wir hin. Da fahren wir hin und zwar gemeinsam mit den Wikijees. Wikijees. Bzw. zwei Wikijees. Ja, zumindest. Ja. Ähm, und... Wir gehen da natürlich, wir besuchen da natürlich keine, äh, keine Panels, weil wir sind da ja bloß, äh, um da zu sein. Das ist ja wie bei jeder guten Modenschau, äh... Um gesehen zu werden. Natürlich. Ähm, nee, aber wir machen was ganz Lustiges, haben wir uns überlegt. Und zwar, äh, so als Göttinger Podcaster, Konglomerat. Ja. Setzen wir uns abends einfach nochmal ins Hotel. Wir sind im gleichen Hotel, was nach irgendwie, äh... Das ist für uns schon der zweite Hotelwechsel jetzt, äh... Der dritte. Der dritte, wo waren wir denn noch? Erst waren wir im, äh, Dingsda, dann sind wir ins Aleeto gegangen und dann sind es jetzt in Meininger. Wir waren davor ja noch in dem anderen. Ja, ja, aber das sind noch zwei Wechsel. Ach so, zwei Wechsel. Einmal gebucht, zweimal gewechselt. Genau. Und, aber... Wollen wir mal auch immer schön bei der Wahrheit bleiben. Ja, aber in Meininger ist immer noch was frei. Trotzdem. Trotzdem, äh... Ja, das ist halt logisch, weil da gehen halt nur die ganzen Berliner Hipster hin, so. Und, äh, von außen... Obwohl irgendwie sich 3000 Leute angemeldet haben, oder? Aber es ist auch Hannover Messe, ne? Ja, aber da geht auch keiner hin von der C-Gruppe, oder? Ja, das stimmt eigentlich. Der C-Bit, dann könnte man es vielleicht noch ein bisschen verstehen. Hm. Auf jeden Fall sind wir dann, äh, in der Nähe des, ähm, der Location. Das ist das Gleisdreieck. Das ist in der Nähe des Deutschen Technischen Museums. Auch ein Besuch-Tipp mal hier, falls man irgendwann kann. Und wir setzen uns abends auf jeden Fall immer schön zusammen. Und schnacken mal eine Runde darüber, was wir am nächsten Tag vorhaben und was wir am letzten Tag erlebt haben. Ja. So schön ist. Und das wird dann auch, äh, zumindest versuchen wir das. Zeitnah irgendwie online zu stellen. Anzukündigen und im Zweifelssohn live zu streamen. Ja, wenn wir das hinkriegen, werden wir das auch streamen. Das wird dann kurzfristig angekündigt, äh, deshalb, ne? Die kann... Liebe, grüße Hörsuppe. Offenhalten, ja. Die Hörsuppe kann sich da schon mal warm anziehen, ja? Da kommt einiges rübergeflogen in den nächsten Tagen. Vielleicht auch nicht. Man, man weiß es nicht. Ähm. Die erste Sendung gibt's am Dienstag dann. Am ersten Mai. Ja, genau. Abends. Abends, genau. Ja. Und jetzt lass mich mal kurz überlegen, was wollte ich jetzt was sagen? Eins ist, dass wir noch, äh, besonders rumlaufen noch. Moment. Jetzt weiß ich wieder. Und zwar deshalb hier, weil wegen Ankündigung, Augen offen halten, ne? Folgt mal einfach hier at wikigeeks-de und at theanycast und, äh, at Hörsuppe. Genau. Äh, das ist so, at Hörsuppe, ne? Ja. Und, äh, dann werdet ihr schon irgendwie drauf aufmerksam gemacht, dass da jetzt irgendwas passiert oder auch nicht. Auf jeden Fall gibt es abends, äh, wir machen das immer so, nachdem so die Panels, so das letzte Panel, was uns so irgendwie, äh, interessiert hat, äh, fertig ist. Und bevor wir irgendwie noch ein, äh... Auf die Piste gehen. Genau, noch ein Bierchen trinken gehen, äh, werden wir das aufnehmen und veröffentlichen. Deshalb, ich denke mal so 20 Uhr. Spätestens. 21 Uhr, irgendwie sowas wird das wahrscheinlich werden. Ähm, ja, Kanäle anschauen und ansonsten, wenn man da ist, vor Ort, dann kann man uns erkennen, Dennis. Richtig. Ich war heute ja auf einer großen Mission, äh, in der Stadt unterwegs, weswegen sich auch die Sendung ein bisschen verzögert hatte. Nicht nur wegen mir, aber auch wegen ihm da. Ja, besonders wegen mir, ich hätte es einfach nicht eher geschafft haben. Und, ähm, und zwar laufen wir besonders rum, und zwar in modischen Anycast-Shirts, die ich heute in Auftrag gegeben habe. Ja. Ähm, für den Sportreis von 5,60, 5,90 der Shirt. Ich bin mal echt gespannt. Also, der Sparfuchs war hier bei C&A und hat sich irgendwie zwei Billo-Shirts geshoppt, ja, für jeden. Genau, es waren, also, bei C&A kosten die Shirts selber 3 Euro und weil es aktuell 20% auf Wahl ist, gab, sind es 2,40 pro Shirt geworden. Wahrscheinlich waschen wir das dann und dann zerfällt es zu Staub danach. Aber für 5,90? Ja, aber ich muss das, ich muss T-Shirts eigentlich immer waschen, bevor ich sie das erste Mal tragen kann. Nein, es war solide. Meine Haut ist sehr empfindlich, was das angeht. Nee, die sind sehr solide, sahen die aus. Die sind halt ein bisschen dünner, aber die sind solide. Das heißt, und du hast dann einmal für mich? Genau, es gibt, äh, einmal in Rot, einmal in Schwarz. Für mich? Für dich? Für dich auch? Genau. Weil wir wollen ja vier Tage lang nicht im selben Shirt rumlaufen. Genau, aber zweimal in zwei, also ich glaube, ich trage das an zwei Tagen oder so und danach könnt ihr mich eh mal am Arsch lenken. Also danach müsst ihr mich dann so erkennen. Das ist aber schwierig. Genau, weil, ne? Ich habe ja auch ein Foto jetzt bei Twitter, ein richtiges, auf dem ihr mich gut erkennt. Genau, und er guckt immer so. Ja. Ne, auch da soll nochmal empfehlen, äh, empfohlen, Ed Brundt, so weiter, so wie und so weiter, nur bloß mit Brundt, mein Nachname quasi mit H. Wir haben's auf der Webseite verlinkt. Und ohne S. Wer uns, und das haben wir ja auch schon angedroht. Richtig, in der letzten Sendung. Wer uns da über den Weg läuft, uns, äh, nicht unbedingt kennt oder er kennt, aber einfach uns nur anquatscht, und irgendwie sagt, ach hier, ihr macht da doch irgendwie so podcastmäßig. Dann gibt's auch noch hier oben drauf quasi völlig, äh, kostenlos. Als Begrüßungsgeschenk. Als genau Begrüßungsgeschenk eine, äh, Banane. Ne, ne, äh, denn das neue Album von die Rützte. Ärzte Ärzte Auch Ist übrigens gut Ah, okay Das will ich sehr gut sagen Ich hör es fast täglich rauf und runter Das ist trotzdem nicht meine Musik Das macht ja nichts Nach dem letzten, das letzte fand ich nicht so gut Da ist auch noch ein Blogpost von mir Schreibe ich da noch was zu, wie mir das dann gefallen hat Aber ich habe einfach so furchtbar viel zu tun Ja, Mann Ich auch Ich aber mehr So, haben wir sonst noch irgendwas zu erzählen? Ach ja, genau Wenn es natürlich irgendwie Leute von euch gibt Die sich noch nicht entschlossen haben Oder die noch vielleicht nichts zu tun haben nächste Woche Fagt einfach zur Republika Es gibt Tagestickets Ich glaube, gibt es noch Tickets so? Oh, da überfragst du mich Weil mein Internet ist Gestern gab es noch ein paar Zähne Ist aus Ich guck mal schnell Also ich habe jetzt einen Briefbischwerer, der 1,5 Kilo wiegt Es gibt tatsächlich noch 29 reguläre Tickets zum Preis von 130 Mark Also Euro Das sind etwas über 2000 Grubeln Business Business Bitsnitz Tickets Aber da kriegst du ordentlich was Ja, aber da zahlst du halt auch 500 Mark Ja Also Euro Mark Habe ich dir das nochmal erzählt? Teuros Dass der Theo Weigel Dass der Die Killer Euro Braune Ja genau Der mit den Brauen Dass der ursprünglich vorhatte Durchzusetzen, dass der Euro Euro Mark heißt Nein An die Stabilität der Mark zu erinnern Ja Hach Deutsche Europa Fantasie Groß Fürstentum Deutschland Also ne Naja Also es gibt halt irgendwie noch Normaltie Aber es gibt auch Tagestickets Wenn ihr jetzt irgendwie sagt Ich will irgendwie nur am zweiten Tag Weil der Rest interessiert mich nicht Und Im Zweifel per Stream zugucken Genau Oder per Stream zugucken Das gibt sowieso Wir werden euch immer schön mitteilen Was wir geschaut haben Ja Wie wir das fanden Was man sich unbedingt ansehen muss im Nachhinein Ja Und was man auch irgendwie sein lassen kann Ja Falls es da schlechte Sachen gibt Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich Witzig wird natürlich Der Steffen Seibert ist da Der Regierungssprecher Ja Den haben sie irgendwie eingeladen Weiß der Geier warum sie das gemacht haben Naja um zu gucken Es soll ein Interview werden halt irgendwie Er sitzt auf einem Panel Und das Ich hoffe Es soll ein Dialog werden Ja ich hoffe die lassen Fragen zu Ja natürlich darum geht es ja So wie ich es verstanden habe Und zusätzlich gibt es noch das ZDF ist da Das Team Dann sollte man ihm aber mal darauf ansprechen Wie er sich das denn vorstellt Nachdem er jetzt quasi den journalistischen Ausverkauf begangen hat Und jetzt Regierungssprecher ist Also PR-Mann für eine Regierung Ja Sich dann wieder als überparteilicher Journalist zu gerieren Genau Weil er eine Rückgangs Also er darf zum ZDF Er hat einen vertraglichen Anspruch darauf Zum ZDF zurückzukehren Richtig So Und wenn der Wenn das ZDF dann sagt Nö will ich nicht Dann müssen die wahrscheinlich ihn latzen Und aber wobei Und das von unseren Gebühren Wobei es auch mittlerweile egal ist Nachdem der ehemalige Regierungssprecher zum BR gegangen ist Ja das ist totales Karussell gewesen Aber es gab es auch schon mal Das hat die SPD auch schon mal gemacht Das habe ich mal in dem Zu Naja wir sollten in Sachen In Sachen Medienunamnachlichkeit eh die Fresse halten In unserer Beteiligungsfirma Ja Ja ich meine das natürlich eh Ist das ja lächerlich Also Journalisten versuchen ja immer so zu tun Als wären sie irgendwie neutral Und überparteilt Nein das ist keiner Feierabend Quatsch das kannst du gar nicht Es gibt auch Du hast halt deine Meinung Weißt du Ja Und das kommt halt immer irgendwie durch Und sei es nur dadurch Wie du Argumente an welchen Stellen wo setzt Und wie du irgendwie Das Neutralste ist höchstens eine DPA-Meldung Aber die beantwortet auch nur 5 WW-Fragen Naja was heißt denn neutral Also die Frage ist ja Die Frage ist ja Was bedeutet denn Neutralität überhaupt Da kann man sich ja erstmal schon drüber streiten Genau weil DPA schon eh schon mal filtert Was sie relevant finden Und dann ist ja die Frage Wie musst du filtern damit es neutral ist Lässt du von jeder Wenn du jetzt einen klassischen Streit hast Ja es gibt zwei Meinungen Lässt du jetzt von jeder Meinung Quasi beide Seiten gleich viel zu Wort kommen Oder Machst du eine Bewertung schon mal Oder machst du eine Bewertung Weil es Keine Ahnung Weil der einen Theorie Weißt du nicht 90% anhängen Und der andere nur 10% irre Nimmst du dann schon eine Wertung vor Was ist denn da neutral Und keine Ahnung was Das ist halt einfach unmöglich Ja So Und Und er Genau Schafft es erst recht nicht mehr Richtig Weil Ich meine das ist ja nun wohl Sowas von Ich meine Okay Wo war das noch Wo hat das noch gesagt Irgendjemand sagte letztens in einem Podcast Den ich gehört hab Ob du jetzt ZDF bist oder CDU Ist eh dasselbe Fand ich eine gute Bemerkung Mir fällt nicht mehr ein Wer das war Ja das könnte hinkommen Fast noch Ja aber das Ne Wobei also Der hessische Rundfunk ist glaube ich Naja das besonders Die haben sich vom Rotfunk Vom Rotfunk Zum Schwarzfunk Der hessliche Rundfunk Ja der hessliche Rundfunk Auch die senden auch so einen Scheiß Manchmal auf ihrem Fernsehsender Die schönsten Brücken Hessens Ich dachte Kennst du hier MDR Natürlich Da gibt es immer hier vor vier Und dann gibt es hier ab vier Ja Total bekloppt Also auch diese Nachmittagssendungen Der NDR toppt auch eh Also für den Mein NDR ist ja mein Lieblingskandidat Weil die kennen ja NDR hat ja Kennt nur im Fernsehen Hamburg und Küste Mehr existiert für die ja nicht Ja Ähm Ganz lustig Ach ja Ach Gott oh Gott Wie sollen wir das bloß In die Shownotes hier schreiben Das ist ja schon wieder Also mit Themen Kriegst du das hin? Ne Ich kann jetzt aber auch Mein MacBook nicht zur Verfügung stellen Weil das Sonst reißt das USB-Ding hier ab Und dann Höchstens müssen wir die Plätze tauschen Ich kann es ja nicht hier ermahnen Dass sie so geht Du mit deinen schmutzigen Linux-Fingern Ich nutze kein Linux Windows Wie Hast du nicht gerade eben noch Irgendwas von Linux erzählt Gerade draußen Als wir auf dem Video zu reden waren Ja mein Server Ach mein Server Ja Obwohl wahrscheinlich meiner auch Naja Ähm Gut Wie dem auch sei Wenn ihr noch zur Rebootika gehen wollt Tut euch keinen Zwang an Wird angenehm Man kann dann sicher auch Mal mit uns Hier ein Bier trinken Also man kann uns ein Bier ausgeben Äh Und hoffen Dass wir euch dann noch Beachtung schenken Nein Natürlich werden wir mit jedem sprechen Der uns da Äh Antrifft Aber ich glaube sowieso nicht Dass da irgendwie großartig Leute auf uns zukommen werden Ehrlich gesagt Weil ich glaube nämlich Ich glaube nämlich Weißt du was wir nämlich haben Weil diese ganzen Berliner Berliner Podcast Die kochen ja immer in dieser In dieser Suppe Ja in dieser Hipster Äh Wie nennt sich das Hipster und Nerd Suppe Berlin Äh Kreativ Und wir machen hier harte Grundlagenarbeit Ne 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 pass auf Nein Aber wir haben einfach glaube ich Eine ganz andere Ähm Eine ganz andere Sind in eine ganz andere Peer gestoßen Ja Wir haben uns jetzt keine Zielgruppe gewählt Sondern Unsere Peergruppe sind die Die uns öfter Äh iTunes Startseite angeklickt Ja 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 Und ich glaube Und ich glaube Dass es da gar nicht so Ja dass es da gar nicht so Große Schnittmengen gibt Zu dieser Da gibt es sicher Ja Viele werden auch irgendwie so Diese Berliner Podcasts kennen Und auch hören Aber das ist nicht so dieses Äh Verschworene Grüppchen Was wir da glaube ich erwischt haben Das ist so Zumindest mein Eindruck Äh Das kann auch völlig falsch sein Äh Aber das ist so Naja Werden wir vielleicht mal sehen Aber wenn jemand da ist Sprechen uns mal an Weil wir sind einsam Und freuen uns über jeden Kontakt Ja Wäre schön Und wir haben immer eine CD zu verteilen Mhm Jo Dann äh Du musst mir sagen Was ist Ich bin Dann war es das eigentlich schon Ja Dennis hat keinen Screen vor sich Und schon Und schon Ist er Äh Hilflos Hilflos Ja Und zwar mindestens Mindestens hilflos Ich fühle mich als hätte mir jemand die Hose geklaut Ähm Ja Also dann mach ich mal direkt mal das nächste hier Äh Und zwar Müssen wir uns jetzt mal Outen Dennis Wir müssen uns outen Denn ähm Da ist ja vor ein paar Tagen Unsere äh Unser neues kleines Blog an den Start gegangen Unser Satireblog Hä? Projekt Urheberrecht Ach ja Punkt WordPress Punkt com Sag das doch Ja Wir haben gemeinsam mit dem Verband der Musikindustrie Ja wir können es hier mal auflösen Ja es ist natürlich von Ein von uns Ja klar Ein gesteuerter äh Satireblog Ähm wir konnten leider selber nicht zur Demo Weil ich musste T-Shirts besorgen Eher Fahrrad Dings da Ja und aber wir haben Wir haben wirklich massenweise Ja Hochqualifiziertes Demopersonal Mobilisiert Mobilisiert Sieben Leute Ja Plus Polizei Acht Leute Das darf man nicht Darf man nicht Nicht unterschätzen Also es sind ja quasi schon 10 Mhm Und Und in der Pressemitteilung 20 Ja in der Pressemitteilung 20 Ne Und du weißt ja 10 hoch 20 Da kommst du ja schon auf Summen Ja ja Die passen nicht auf einen Planeten Das muss man ja auch wissen Dass man das dann nämlich wieder als äh Potenz sozusagen Ja Rechnet Aber äh Das ist natürlich die Systempresse Diese äh Linksfaschistoid gesteuerte Ja Linksgrünfaschistoid gesteuerte Äh Piratenpresse Die alle das Urheberrecht abschaffen wollen Ja Und äh Wollen dass wir Kreativen Verhungern Gerade wir Kreativen Ja Und ähm Damit ihr euch das nochmal Äh anschauen könnt Äh Unsere äh Sortiere Seite Ja Äh Verlinken wir das nochmal Genau Wir haben zahlreiche Unterstützer gewinnen können Ja Wolfgang Klemeth von der SPD Genau Der Der ja anscheinend noch in der SPD ist Ja Oder schon wieder Oder was auch immer Ach ja Und äh Dann ist dem auch glaube ich schon Genau Da genug zu sein Einzige das wir schade fanden Dass das BDI abgesprungen ist Der Bund für deutsche Industrie Scheiße Tja Ähm Die wollten eigentlich Schnitzchen stellen Aber Da kann man nichts machen Ne Wenn die halt Verräter Ja aber Ne Die haben natürlich auch Berechtigterweise Angst vor dem Lünchmob Ja Genau Denn in Emden Das waren ja auch die Piraten Was denn Was denn Nix Waren das nicht die Piraten Waren das nicht die Piraten Waren das nicht Äh 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 Hä Nix Was hast du denn Nix 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 Jetzt erzähl Was hab ich jetzt gemacht Ich weiß nicht Schreib mir das mal auf den Zettel Äh So jetzt gibt's hier geheime Nachrichten Wie in der dritten Klasse Ähm Und jetzt Wollen wir mal schauen Ob ihr Multitasking Äh Fähig seid Er kann's nicht lesen Ach ja Das ist ja wie Er kann's echt nicht lesen Kratze Grenze Ja und Ach Pietät und so Ach du meinst Ja Quatsch Als würde uns jemand tören Ja Ne Als würde das jemand interessieren Ist auch egal Ich habe ein wenig Äh Ja egal Ich wollte so ein bisschen Moral als Postel spielen Aber warum denn Es ging doch nur Es ging doch um den Lünchmob Vor der Polizei in Emden Ja Diese komischen Äh Äh Neurechten Äh Faschuköppe Ja Die da den Äh Ein Verdächtigen Verdächtigen Ja Mit großen Ausrufersagen Lünchen wollten Ja Auch mal wieder Ein Beweis Wie zivilisiert Äh Unser Volk ist Das deutsche Volk ist Äh Ich komme hier echt Das ist also Ja Und erst in Somalia Lese ich im Chat Ja So ist es Ja aber ich warte eigentlich Auf diesen Bundeswehreinsatz Im Inneren Gegen die Piraten Ja Am Horn von Afrika Äh Frag ich mich auch Warum sie da rumschippern Ich meine Der Lauer sitzt in In Hamburg Äh Berlin Im Abgeordnetenhaus Und dann der Der hier Die können ja die Boote Auf die Spree laden Und dann da direkt Direkt Die haben ja auch Die Piraten haben ja auch in Berlin Auch Wahlkampf auf der Spree gemacht Und auf dem Wannsee Glaube ich auch Die Piraten Das wäre doch eigentlich mal Hier Die Piraten besitzen mehrere Boote Da kann man doch einfach mal Ein Torpedo Oder nicht Ja Gibt's da nicht irgendwie so Gibt's da nicht so was wie Minimalinvasive Torpedos Muss es doch geben Wir könnten eigentlich Auf unser Kreuzfahrtschiff So ein Ding bauen Und dann Die Piraten bombardieren Ja So dann dran schreiben So Seeheimer Früher haben sie Also so die Die MS Seeheim Früher haben sich die Die coolen Jungs Immer unten Ein Stück Luftballon Zugeknotet Ja Abgeschnitten Und dann auf so ein Plastikrohr gemacht Und dann so Zwillenmäßig Dann mit Erbsen Weggeschossen Oh damals Ich bin noch nie Getroffen worden Nie Ach du größtest Zu den Falschen Ne Ich hab so ein Ding Nie besessen Ich war zu doof Das zu bauen Ich bin Sowas von Linkshändisch Auf die Welt gekommen Und immer noch Geblieben Ne Ne Naja Du musst mir sagen Was wir jetzt machen Ich bin total Du wolltest hier Du wolltest hier doch Nochmal Ein bisschen Update zu den Piraten Genau Ja Nazis Ja und zwar Wir haben ja in der letzten Sendung ein bisschen besprochen Das rechte Problem Bei den Piraten Ich wollte eigentlich noch Eine neue Entwicklung Hinzufügen Vor ein paar Tagen Hat ja der Martin Delius Der politische Geschäftsführer Der Piratenfraktion Der gerade erwähnten Piratenfraktion Im Berliner Abgeordnetenhaus Den tollen Vergleich gemacht Im Spiegel Das Wachstum Der Piraten Gleich der NSDAP Zwischen 33 und Ne 26 26 und 33 Genau Ja genau Und Naja Das hat er Schon während des Gesprächs Mit dem Spiegel Festgestellt hat Das getwittert Er hat sich dafür schon Entschuldigt Also bevor Eine Woche schon Bevor der Spiegel rauskam Spiegel Online Ist irgendwie ein bisschen Aufgebauscht Wollte ich jetzt nur Erwähnt haben Die Aussage war dumm Er hat seine Konsequenzen Leider ziehen müssen Er wird sich nicht Bewerben für den Bundesvorstand der Piraten Was er geplant hatte Die machen jetzt am Wochenende Den Bundesparteitag Im Schleswig-Holstein Mir fällt der Ort nicht ein Es wird glaube ich Neubings immer abgekürzt Es ist irgendwas mit neu Es ist Neubings Die Piraten wissen schon Was ich meine Neubings Und Auf jeden Fall Zusätzlich noch Der Matthias Bahner Aus der Aus dem Mädchen Vorpommern Der wurde jetzt Ausgeschlossen Das war auch so Ein spezieller Kandidat Bei den Piraten Der ist im November In den Kreistag Gewählt worden War auch irgendwie Kreisvorsitzender Bei den Es ist rausgekommen Dass er früher Bei der NPD war Zusätzlich hat noch Die NPD Ein paar Details Liegen lassen So nach dem Motto Dass er ein bisschen Aktiver war Als er zugegeben hat Da hat der Landesvorstand Ein Ausschlussverfahren Angestrebt Hat da Vor dem Schiedsgericht In Mecklenburg Vorpommern Verloren Ist mit dem Beruf Umgegangen Das Bundesschiedsgericht Hat jetzt vor ein paar Tagen Entschieden Ja der Typ fliegt raus Nicht wegen seiner NPD-Mitgliedschaft Sondern weil er Bei der Kandidatenvorstellung So gelogen hat Und damit so erheblich Die Partei geschädigt hat Dass er sein Parteibuch Jetzt nicht mehr behalten darf Das soweit jetzt Einzig noch zu erwähnen Ist dass die Piraten Jetzt bald in Berlin Eine Konferenz Zum rechten Problem machen Die wollen Also das was man jetzt merkt Die gehen das hart dran an Sonst Ist da viel nicht mehr hinzuzufügen Deswegen würde ich dich bitten Dass du dein Handy Endlich aus der Hand nimmst Und dir weiter mir hilfst Weil ich nicht mehr weiter weiß Ne ich Es gibt hier nur gerade Gerüchte Im Chat Wir würden bratzen Bratzen wir? Ja Das kann ich nicht nachvollziehen Ich hoffe Nicht Ja Aber ich hab mal hier Leute beauftragt Das eingehend zu prüfen Und deshalb musste ich gerade Mein Telefon in die Hand nehmen Naja wollen wir mal schauen Mit D und S? Wollen wir mal schauen Was? Ah egal Ne Ne Wollen wir mal schauen Wie die Piraten Sich da versuchen Raus und rum Und sonst was zu lavieren Naja lavieren tun sie es nicht Sie gehen schon Ah dran Nur manche Naja also Entschuldigung Das Problem ist immer noch dasselbe Ja Es wird immer noch relativiert Ja Man muss ja auch Und man kann ja das nicht Das ist der Bundesvorstand Ja Weil die alle nicht Alle nicht begreifen Was Meinungsfreiheit bedeutet Ich meine da gab es ja auch Da hat ja die Marina Weißband Ihren schönen Blog-Eintrag dazu geschrieben Die hat es einfach mal auf den Punkt gebracht Richtig Die Meinungsfreiheit bindet halt den Staat Aber keine Parteien Und wenn man sich in einer Partei Also in einem Verein Ja Der die politische Willensbildung Ja Sozusagen Nicht nur fördern Sondern quasi auch Ja doch Fördern soll Des Volkes Denn da muss man sich doch Irgendwie auf einen gewissen Konsens einigen Richtig Jemand hat auf Twitter geschrieben Wenn man tolerant sein möchte Muss man auch die Grenzen ziehen Meinungsfreiheit Bedeutet ja Dass man dann Nicht dafür Für die Meinung verfolgt wird Ja Oder dass das irgendwie zensiert wird Dass man die Meinung nicht haben darf Oder sonst wie Aber doch nicht Ein berühmter Spruch Faschismus ist keine Meinung Sondern ein Verbrechen Aber doch nicht Dass ich meinen Parteifreund Hier mit jeder Scheiße dulden muss Nein Aber ich sage Ich glaube der Bundesvorstand Also der Sebastian Nerz Der das CDU-Boot Bei den Piraten Wird dieses Wochenende Nicht wiedergewählt Ne das sowieso nicht Die Das Das frage ich mich sowieso Ja Ob die Piraten Ob die Piraten es jemals schaffen werden Mal so einen Vorsitzenden zu haben Der länger als so Na sagen wir mal Drei, vier Jahre durchhält Also es könnte sein Dass Bernd Schlömmer durchkommt Der ist schon im Bundesvorstand Seit vier Jahren Der ist Ministralbeamter Im Bundesverteidigungsministerium Also eine hohe Sau Im Verteidigungsministerium Ja Der schon seit Jahren Im Bundesvorstand Also mal Beisitzer War jetzt Ist ja Stellvertretender Und Der bewirft sich jetzt Für den Vorsitzendenposten Ähm Da ist eine große Wahrscheinlichkeit Dass er reinkommt Oder dass es die Julia Schramm wird Also die zwischen den beiden Läuft Wird sich entscheiden Julia Schramm ist Für die die es nicht wissen Die ist bekannt geworden Durch die datenschutzkritische Spackeria Hat sich mittlerweile davon Distanziert Entfernt Ist nicht mehr drin Ähm Ist Politologin Mhm Äh Und ist auch Hat auch ganz klare Ansagen Rechts gemacht Und das ist Also ich glaube Mit beiden Ähm Bernd Schlömmer Oder Julia Schramm Das ist eigentlich so In Ordnung Es gibt auch mal Spezialkandidaten Aber Zwischen den beiden Wird sich entscheiden Ähm Also Aber genau das wissen wir Am Montag Also die haben ja Ich weiß gar nicht Wie heißt das Wahlsystem noch Die benutzen So ein ganz fancy Wahlsystem Wo du dann irgendwie Äh So wenn Wenn nicht der Dann der Stimmen und so Verteilen kannst Ne ne Das tun sie nicht Ne Nein du hast Wahlprinzip ist ganz einfach Erster Wahlgang ist so Ähm Äh Ich glaube die gehen tatsächlich so Dass alles was über 50% hat Geht in den zweiten Wahlgang Und dann entscheidet die Mehrheit Mhm Und das war so bei den Listen glaube ich Aber okay Es kann mich irren Aber die haben nicht so ein Äh Aber irgendwie zumindest War das mal War das mal diskutiert worden Äh Das haben sie höchstens bei den Anträgen Das weiß ich nicht Da gibt es irgendwie so Wenn das nicht Dann das Und so ganz komische Äh Fast schon Programmierungsähnliche Äh Äh So Variablen Jetzt geht der Akku In meinem Handy kaputt Wolltest du denn nicht Eh neues kaufen Ja Aber jetzt wo Nokia Irgendwie so am Ableiten ist Dann dachte ich mir Lass ich es ein bisschen Und die Gerüchte um Windows Phone 8 Sind so ein bisschen Das soll mit Kinect kommen Hä Mit Kinect Ja Was bringt das denn Das freut mich auch Aber es soll lustig werden Ja Vielleicht können wir über Kinect Noch ein anderes mal Äh Gesondert reden Das ist nämlich ein Thema Wozu ich durchaus ein paar Worte Zu sagen hätte Äh Dass du glaubst Dass du nicht äh Hampeln möchtest Vom Fernseher Ne 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 Das gar nicht Ich möchte gerne hampeln Aber ich möchte anständig hampeln Und nicht ähm Naja Wie gesagt Auf jeden Fall Sparen wir uns mal Ja Bei den Piraten Das wird ein spannendes Wahlwochenende Es ist ähm Ein Wahl Parteitag Es gibt auch ein bisschen Programmatik Aber der Schwerpunkt Liegt eindeutig darauf Äh Den Bundesvorstand Der jedes Jahr Neu gewählt wird Äh Neu zu wählen Ja Das ist auch die Frage Ob man das nicht vielleicht ausdehnen müsste Es gibt einen Satzungsänderungs Änderungsantrag Wie immer Mhm Auch zwei Jahre Aber Da wird eher schlechte Chancen Dass da durchkommen Weil die Piraten Bevorzugung es lieber Äh Den Bundesvorstand Alle Alle Jedes Jahr neu zu wählen Wollen Ja Man darf natürlich auch keine Keine Illusionen machen Ja Die können ja nie richtig arbeiten Die Jungs und Mädels Wenn die dann nur ein Jahr zusammensitzen Ich meine die müssen sich im Zweifel Erstmal alle kennenlernen Ja Äh Dann vergehen irgendwie schon so zwei Monate Bis du dir Die drücken 100 Tage Ja Oder lass es auch nur zwei Monate sein Meinetwegen Aber dann hast du halt Dann ist es halt vom Vom Jahr sind dann auch effektiv Nur noch sieben Monate übrig Weil du musst halt dann irgendwann auch beginnen Äh Den Parteitag vorzubereiten Was ja nicht bedeutet Dass man jetzt So wie das in anderen Parteien Unbedingt Äh Auch so in unserer Partei Üblich ist dann Sich Mehrheiten zu organisieren Für diesen und jenen Antrag Sondern der muss einfach organisiert sein Ja Und dann muss geschaut werden Was wird höchstwahrscheinlich Worüber wird höchstwahrscheinlich abgestimmt Was muss passieren Und da fließt einfach viel Arbeit rein Da muss man sich nichts vormachen Und äh Gerade im Hintergrund Oder Hintergrund Des kommenden Bundeswahlkampfs Wäre es einfach vorteilhaft Ein Team das etabliert ist Ja Aber okay Das werden die Piraten selber entscheiden Das wird glaube ich Ja das ist auch Das sollen sie machen Ich glaube der Antrag wird vorher gestellt Und wenn die zwei Jahre durchkommen Dann wird der Bundesvorstand An diesem Parteitag Für zwei Jahre gewählt Aber ich kann mich auch wieder irren Ähm Also falls ihr am Wochenende Nichts zu tun habt Ähm Livestream gucken Macht wie es ihr wollt Ähm Wird spannend Yo Und sonst möchte ich noch Eins noch empfehlen Es gibt einen Blog Nur noch Ähm Als Linktipp Ähm Für die Leute die glauben Die Piraten haben keine Inhalte Es gibt einen Update Also in wöchentlichen Das fand ich gut Ja ja Erzähl Es gibt äh Wöchentlich einen Blog Der über das Liquid Feedback Bei den Piraten berichtet Was geschehen ist Was jetzt abgestimmt wird Einmal in der Woche Eine Zusammenfassung Und das Dieser Dieser Blogpost Der einmal pro Woche kommt Ist sehr 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 lang Sehr sehr lang Also sehr viele Initiativen Letztens haben sie ein Energiepolitisches Grundsatzprogramm abgeschlossen In Liquid Feedback Dass ähm Die Grünen Also zwischen Grün und SPD liegt So ein bisschen Also öko Öko-dezentrales Energienetz Also sehr 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 Schauen wir mal Also die Piraten Warum kommt Haben Inhalte Wie heißt denn das Blog Äh Liquid Feedback Wochenschau Ich kann's da gar nicht nachgucken Sonst hätte ich dir gleich den Link geschickt Ja Das finde ich Also das ist natürlich immer Immer so eine So eine ganz ganz billige Polemik Die auch gefahren wird Ich meine Ich hab glaube ich Deutlich gemacht In den letzten Sendungen Dass ich Nicht allzu sehr unkritisch Mit dem Piraten auch umgehe Ähm Aber das ist einfach nur Nur plump und billig Also ähm Was natürlich irgendwie dumm ist So Dass da In der Piratenpartei Anscheinend immer Stimmung gemacht wird Falls mal einer Irgendwie was sagt Wozu es keinen Beschluss gibt Oder so Und dann Weißt du Wenn dann Wenn dann der Vorsitzende In einem FATS-Interview sitzt Und sagt Dazu darf ich nicht sagen Dazu haben wir noch keinen Beschluss In der Kirchener Alter Das ist doch scheiß Ja in der Satzung steht drin zwar Das aber Alle sagen ihm Dann fasst doch zum Beispiel Die Diskussion stand in der Partei zusammen Dann sagt zusammen hier Wir diskutieren aktuell Aber nicht mal das Verdammte Scheiß Nochmal Das ist ein Vorsitzender Den haben die gewählt So Und wenn der halt scheiße erzählt Dann wird der beim nächsten Mal Nicht wieder gewählt So läuft Demokratie Und Demokratie Es gibt kein imperatives Mandat Ja Und völlig zu Recht Gibt es auch kein imperatives Imperatives Mandat Wo man nachher noch hingeht Die Leute in die Bude abfackelt Weil sie falsch Entschieden haben Oder so Also das ist völlig Also für mich Ein völlig falsches Demokratieverständnis Wo wir auch schon wieder Bei der Kritik an Piraten Aber Aber ich glaube Aber ich glaube Es ist auch nur wenige Dass das so sagen Aber das kommt mir Also in meiner Timeline Rutscht es aber auf und ab hier Das geht hier richtig rund Ja aber der Nerz Wenn da schon was sagt Aber der Nerz ist eh ein Idiot Das kommt noch hinzu Ja gut Ja Also der Nerz ist halt Der wird abgewählt So Das wollte ich noch sagen Ja Wahrscheinlich ist das so Wer da aber Ob tatsächlich die Julia Schramm So große Chancen hat Das glaube ich was nicht Also es hat ein bekannter Name Und das kann vorteilhaft sein Die ist halt in meiner Timeline Auch sehr präsent Ja Nicht nur durch ihre eigene Aber sie ist sehr Sie wird sehr kritisch behandelt Bei den Piraten Ja Sie sagt ja auch Dass sie eine Frau ist So geht es ja nicht Nee Wir sind ja alle Postgender hier Ja natürlich So Aber es wird ein spannendes Also ich tendiere eher zu sagen Dass es Bernd Schlemmer wird Aber Eine Überraschung von Julia Schramm Dass vielleicht Dass sie so ein bisschen Ihr Weibliches betont Das könnte so sein Dass sie da vielleicht was nutzt Ohne jetzt irgendwo Meinst du sie sollt ihre Titten auspacken Oder was meinst du das Nein So klang das aber gerade Entschuldigung Das wollte ich aber nicht sagen Entschuldigung Lieber Chad Lieber Chad Das klang auch so Ja ich hatte es im Kopf Es hat Ich selber hat es auch so geklungen Ja ist ja schön Was du hier alles im Kopf hast Ich wollte es diplomatisch ausdrücken Das war doch nicht diplomatisch Ähm Ja Aber sie wird vielleicht so tun Dass vielleicht Den Piraten Vielleicht etwas weibliches fehlt Und dass sie das ergänzen wird Das könnte sein Dass sie sowas macht Das klang jetzt auch schon wieder Nach Titten Ich war Sag doch einfach Sag doch einfach Dass man mit einer Vorsitzenden Einer Frau Ja Besser ankommt Ein Signal An die Medien sendet Ja Das zeigt Dass da nicht nur Kleine Dünne Oder auch ganz dicke Aber völlig blasse Weil sie nie aus dem Keller rauskommen Jungens sitzen Ja So Ohne dass sie Titten hat So hätte man es sagen können Ja Ohne sie Ja Da ist auch ein wahres Wort Hier der Chefjurist Aus dem Chat Sagt Nämlich gerade Die Medien suchen sich doch eh Ganz unabhängig vom Vorsitzenden Die genehmen Gesprächspartner heraus Das hat übrigens auch der Der Lauer beim Holgi gesagt Holgi macht ja immer Der geht ja alle paar Wochen mal zum Zum Lauer ins Büro Ja Und da war jetzt auch wieder Ist auch wieder ein Podcast veröffentlicht Wo er das auch sagt Verlinkst du bitte? Ja verlinke ich Ich finde das immer Also ich finde den Den finde ich ehrlich gesagt das einzige Podcast der mir zu lang ist Weil ich kann dem Lauer nicht so lange zuhören Ja der Lauer ist so ein Spezialkandidat glaube ich beim Piraten Ja Aber an sich ist das An sich ist das einfach schon interessant Ich würde mir das übrigens von allen Parteien wünschen Dass die nicht mal ihren Ich grinse jetzt zwei Minuten in die Kamera Oder spreche kurz aus dem Mikro Was ich mir hier vorher aufgeschrieben habe Podcast machen Sondern dass sich da irgendjemand Ehrlich gesagt Da hinsetzt Und dann wird einfach mal gelabert So Dann wird einfach mal erzählt Was man da macht und was man nicht macht Weil ich glaube viele Leute interessiert auch so ein bisschen Das Hintergrund Was so die Die Mechanik eines Parlaments ist Auch so Ich glaube da gibt es viel Interesse dafür Also ja klar Für viele Leute Mich ist das jetzt auf jeden Fall Weil für viele Leute wirkt ein Parlament halt irgendwie so wie eine schwarze Kiste Wo man in eine Wählerstunde reinkommt Und nach vier Jahren kommt halt nix raus oder so Einfach nix halt irgendwie Und egal wie gläsern so ein manches Gebäude sein kann Aber für die meisten Leute ist es halt nicht ein Parlament gläsern Ja Aber es ist halt Kultur halt Kulturwandel Kulturbruch Und Kulturschock für die meisten Sowas dann zu machen Und die meisten abgottet Das ist man halt nicht gewohnt Das ist halt eher so Noch Hinterzimmerkultur Und wir lernen von Papi Und keine Ahnung was Ja Wo wir schon bei Wahlen sind Dennis Da war jetzt ja am Wochenende Wir haben ja so Nachbarländer In Europa In die man auch nur auf Ketten fahren sollte Sag mal Erst beleidigst du so ziemlich jede Frau auf diesem Planeten Und jetzt kommen hier auch noch Wusstest du es gab mal eine StudiVZ-Gruppe Ja Nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten Ja Und da gab es irgendwie Die Geschichte erzähle ich glaube schon zum 120.000 Mal Macht aber nix Wir wissen Redundanz schadet nicht Und da JU-Vorsitzender irgendwo in Hessen Ich glaube im Kreisverband keine Ahnung was Oder JU-Vorsitzender von Hessen oder so Musste deswegen zurücktreten Deswegen? Ja Weil er in der Gruppe war Nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten Also Naja Aber ich finde das Wir reden nicht Über das Nachbarland Mit dem Verlängerten Und wir reden auch nicht Über das Nachbarland mit dem Fla Fla? Fla kennst du nicht Fla? Nein Weil es ist so So Hier Äh Äh Ja Ja Holländischer Pudding Aber so ein bisschen dünner Und ich weiß gar nicht wie der genau gemacht wird Das ist so Achso Holland Truppen Ja genau Äh Und wir reden auch nicht Ähm 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 Bringt eure Kinder in Sicherheit Belgien Kann man machen Ähm Sondern wir reden von Frankreich Da wo es Baguette gibt Achso Achso Was sind unsere Nachbarländer? Zähl mal auf Soll ich? Ja Von oben nach Also von Von Unseriger Sinne Ach im Unseriger Sinne Ja Okay Dann ist das Dänemark Polen Tschechien Österreich Die Schweiz Und dann sind wir schon wieder in Frankreich Luxemburg Belgien Holland Das war's doch Ja Guck mal zu wissen Ja also das ist nicht so Erkunde dritte Klasse Ja Freundchen Aber das war irgendwie gerade so ein bisschen Dass du abgebrochen hast Weil du nicht mehr weiter wusstest Sowas lernt man vielleicht Äh In Salzgitter Äh In der Grundschule nicht Ja Was sollte das jetzt gerade wieder Hier gegen meine schöne Hermann-Göring-Stadt Ja Genau Weil So Und Dübbel-Vla Ja es gibt Also das ist Überall Also das ist Ich muss nochmal kurz Kurz eine Lanze für Für Holland Und auch für Belgien übrigens brechen Ja Das ist wirklich Ich weiß nicht Wie oft warst du schon in diesen Ländern? Holland war ich nur ganz kurz Ja Belgien war ich Drei, vier Tage in Brüssel Und die haben Belgien hat sehr geiles Bier Ja Warst du da in einem Supermarkt? Ja Was ist dir aufgefallen? Die Kassen sind wie Panzerläden Ja Okay Davon ab Mir geht es eher so um Was gibt es da? Ein Angebot Darauf habe ich ja nicht geachtet Ich habe mich nur auf die Sandwich-Theke gestürzt Immer Sandwich-Theke Beschreib doch mal Was du da Was ist denn eine Sandwich-Theke? Das kennt man ja vielleicht gar nicht Da gibt es so Snacks halt So Fertigbrötchen Und Sandwiches halt Und so Mit verschiedenen Belegen Und so Aber frisch, ne? Natürlich Und zwar Spielt das schon so ein bisschen Kommst du schon in die Nähe von dem Was ich eigentlich sagen wollte Und zwar Sobald man über der Grenze ist Und zwar nach Holland Wie auch nach Belgien Fast sogar noch mehr Aber Holland reicht im Prinzip schon Ist einfach die Supermarktkultur Und die Essenskultur Die Lebensmittelkultur So was von andere Ja Selbst wenn du da irgendwie In billigere Läden gehst Oder in den Standardsupermarkt Da kannst du einfach mal Frische Pizza kaufen Ja Das ist hier nicht so Nicht so schäbig Alles wie in Deutschland So grau Und keine Ahnung Industrie Genau Sondern es ist halt Da gibt es halt echt Gutes Essen Und dann gibt es da einfach Süßigkeiten Ja das ist halt Ich meine Jetzt nichts gegen Nichts gegen schönes Deutsches Haribo So Finde ich super Aber gegen Schokolade Und ganzes Zeug Und auch Milka-Schokolade Kann man sich ab und zu mal geben Wenn man irgendwie so süßes Zeug haben will Aber dann reicht es ja auch schon Und da ist es dann wirklich so Da hast du irgendwie Tausende Sorten Gerade in Belgien Tausende Sorten an Schokolade Da hast du diese tollen Vla-Sachen Dübel-Vla Und keine Ahnung Was noch für ein Scheiß Und es gibt einfach mal In Standardsupermärkten In Belgien Eine Käseauswahl Da drehst du durch Förmlich Und zwar selbst wenn du nur Irgendwie Gouda magst Dann kannst du da schon Irgendwie nach 20 Gouda-Sorten Ausschau halten Die du irgendwie In dich rein Putsen Verputsen kannst Es ist echt Also Und allein die Pommes Ja und super Natürlich Frische Pommes Zweimal frittiert Fritten heißt es Fritten Ja danke Und Das ist einfach Völliger Wahnsinn Völliger Wahnsinn Aber auch in Frankreich Ist das Essen gut Übrigens In Frankreich war ich noch nie Da war ich schon Was heißt schon Zweimal war ich noch Ist auch schon Jahre her Ich muss mal wieder Nach Frankreich Ich möchte ja In die Schweiz Nee ich war schon Mehrmals in Frankreich Aber nur kurz Weil ich dann halt Eine Fähre halt Calais-Dohr war Achso Oder ich wurde jetzt In die Schweiz eingeladen In die Berge Ich wurde in die Schweiz eingeladen Ja Ja Aber selbst kostet Und in Frankreich Gibt es nicht nur gutes Essen Sondern auch gute Politiker Und einer von denen Hat Sogar Also der beste Von den guten Politikern In Frankreich Hat Ein gutes Ergebnis Abgeschrieben Denn es ist Präsidentenwahl Richtig Die Die Grand Nation Grand Nation Hat gewählt Ja Ich hab Ich hab Französisch abgewählt Mir machst du damit Keine Schmerzen Das ist Ja ist doch Das Frank Das hier Das Land Der Franzmänner Grand Nation Ja ja Grand Nation Granda Nation Es gab Präsentenwahl Die erste Runde Präsentenwahl Hat sich jeder So ein Präsent gewählt Und dann sind die wieder Ich hab Präsidentenwahl gesagt Ja 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 Du hörst doch nur Verschluckst Du verschluckst immer Silben Also so viele Du hörst Du hörst So viele Wörter So viele Wörter Sprech ich nicht mal In einer Sendung So Es gab Präsentenwahl Präsidentenwahl Hab ich gesagt Das hast du nur Falsch verstanden Ah Wasser Jetzt spricht er nicht Aber er lacht Weil er weiß Was kommt Oh Gott Verzeihung Dennis Lass mal hier Keinen Streit Vom Tisch Sprechen Deshalb müssen wir Noch eine Facebookseite Einrichten Nein Niemals Oder wir diskutieren Über das Oberhelferrecht Ne Haben wir schon mal Ja Zwar nur so ein bisschen Aber haben wir schon mal Ja Aber die Katze Bricht auch selbst Den letzten Guantanamo Häftling Oder Oh ganz fies Das ist echt Für mich Wörter Also Frankreich Präsidentenwahl Ja Wenn du Grenzen Austesten Dann darf ich das auch Ah egal Frankreich Präsidentenwahl Wolltest du was sagen? Nein Ernsthaft nicht Okay Präsidentenwahl Und zwar Gab es 10 Kandidaten Relevant sind eher Für die Deutschen Nur 5 Also was man Wirklich Also wirklich Ernsthaft Und zwar Den Amtsinhaber Sarkozi Ja Mit Carla Bruni Ja Dann Der für die IMP IMP Das musst du glaube ich Ich glaube mit den Parteien Das müssen wir gar nicht so Ja Konservative In Frankreich ist ja sowieso so Dass sich da alle paar Jahre Gründen sich da alle Parteien neu Ja Das ist ja Das ist irgendwie ganz komisch Ich verstehe das Ich meine das kann auch nur Ein deutscher Blick sein Dass man das einfach nicht begreift Dass da Parteien sich ständig neu gründen Aber Ist auf jeden Fall Ein konservativer Konservativer Kandidat Nein Natürlich Hollande Den Vornamen habe ich leider vergessen Man hört da einen Links da Ja Verzeihung Ich mache mal hier Mir fällt der Vorname leider nicht ein Und zwar von den Sozialisten Also von der Party Sozialiste Francois Ja danke Wir sollten uns auch in die sozialistische Partei umbinden Kann man auch machen Ja Von den Sozialisten Der Den Wahlgang gewonnen hat Mit 26% Ja Klingt ja erstmal nicht viel Ne Weil es in zehn Kriterien sind Der Sarkozi Ich werde seinen Namen nicht richtig aussprechen Das ist das Prinzip hier Ja Ist ja auch Weiß ja jeder Wer gemeint ist Der hatte 20% Der kleine mit dem Der hat ja immer so ein Höckerchen Auf das er sich stellt Ne Eine Bananenkiste Ja Dann gab es noch die Die Nazibraut La Pen Le Pen Le Pen Ja wir müssen die Also so geht es ja nicht Ich sag doch Mir ist das Land Nachbarland mir vollkommen Wuppe Ja Also Le Pen Marien Marien La Pen Le Pen Le Pen Mit L-E Ne man sagt aber Le Le Pen Genau Die hat es kein Französisch in der Schule oder? Ne Ja Merkt man Ja ich hab Spanisch La quenta por favor Ich hab mal Ich hab mal Und zwar nachdem ich Spanisch Spanisch Ich hast mich schon durch Französisch abgewählt hatte Hab ich mal so ein Theaterstück in Brüssel Auf Französisch gesehen Hast du das verstanden? Äh Nein Also was heißt nein Natürlich versteht es so ein bisschen halt Ja Aber den wichtigsten Gag Ja Den hab ich begriffen Und der war? Ja es ging so Das war so ein Monolog von einer Frau Die davon erzählt hat wie Scheiße es ihrer Schwester geht Weil ihre Schwester oder ihre Freundin Ich weiß gar nicht Äh Wird ständig geschlagen Und wurde vergewaltigt Und irgendwann zum Schluss sagt sie halt Irgendwie so Ja das geht gar nicht um meine Schwester Das geht um mich Und dann bricht sie in den Tränen aus Das war irgendwie ganz komisch Das hat auf jeden Fall die Stimmung Überbewertung Die Stimmung War aber ganz lustig Die Stimmung ist aber rübergekommen Obwohl ich nur so die Ein Viertel verstanden Genau Und dann gab es Gab es noch den vierten Kandidaten Der relevant war Der ist Dessen Name jetzt komplett leider entfallen ist Aber das ist halt der Der Ultralinke Also es gab Also es gab Man kann so ein bisschen so stehen Es gab von links nach rechts Dann hat der Ultralinke Dann kommt Hollande Dann kommt Sarkozy Und dann die Le Pen Und noch ein paar dazwischen Es gibt ja auch einen grünen Kandidaten Genau Und eine grüne Kandidatin Ja Insgesamt zehn Die vier sind relevant Entscheidend war Man hat es auch ein bisschen vorgesehen Dass Hollande gewinnt Entscheidend war Wer Dritter wird Weil das ist aber so die Hindeutung Wer in der zweiten Runde gewinnen könnte Und da hat die Le Pen gewonnen Mit 20 Prozent Ne So viel waren es auch gar nicht oder? Das waren auch noch weniger Das haben die am ersten Ne Zuerst haben sie gedacht Sie hätte 20 Prozent Ja Aber 17,9 Okay, danke Aber dieser Melenchon Melenchon So Melenchon Ja, Melenchon Steht daran von welcher Wie ist es in Deutschland Nennen die? Ich glaube hier ist einfach nur La Gouche, oder? Also die Linke Ja Weiß ich jetzt Ist auch egal Der hat 11 Prozent Genau Und da war so die Richtung Das könnte der Tipp sein Wer Dritter wird Wie sich dann entscheidet Weil die Natürlich Es gibt eine Stichwahl zwischen Holland und Sarkozi Ja Und da ist die Frage Wie die Wähler dann rüber wandern Und man merkt gerade Dass Sarkozi Sehr, sehr, sehr Um die rechten Wähler wirbt Also die Le Pen-Wähler Auf der anderen Es ist natürlich eine berechtigte Frage Auf der anderen Seite Muss man auch sehen Es sind ja nicht nur die Die Links gewählt haben Es sind ja nicht nur die 11 Prozent Ja, klar Es gibt ja auch noch Die Grüne hat auch zum Beispiel 9 Prozent bekommen Ja Und wenn man das jetzt wieder zusammen addiert Dann ist man ja auch schon wieder bei 20 Also ich glaube das Rennen ist eigentlich ziemlich offen Richtig Leicht ein Vorteil für Hollande vielleicht sogar Ja Ach Hollande Ja Ich sage immer Hollande Ja ich dachte das machst du mit Absicht Ne Das war jetzt unwissenheit Jetzt hättest du sagen können Ja klar Ich wollte dich ja nur also Ne, ne Das war unwissenheit Ja Ne Ich habe von französischer Aussprache Leider keine Ahnung Ich hätte gerne Ahnung Aber ich habe es nicht Das ist auch Eigentlich ist es auch eine ganz Eine ganz schöne Sprache Wenn man mal ehrlich ist Ja natürlich Man kann das auch Man kann das auch Das ist auch nicht Nicht allzu schwer lernbar Nee, aber Ich hatte nie die Chance dafür Ja Ich würde das gerne mal wieder auffrischen Aber man weiß ja wie das ist Mit Sachen auffrischen Das nimmt man sich ja eh mal vor Und tut es nie Also das Rennen ist sehr offen Wird sehr spannend Ich weiß jetzt nicht Wann die Stichwahl ist Wenn ich Internet hätte Würde ich sie nachgucken Sie ist demnächst Ähm Und ich Ich würde tippen Wenn Holland Holland Wie wird es ausgesprochen? Normal bitte Hollande Hollande Nee, das H ist stumm Ah, okay Hollande Ähm Nee, Hollande Hollande Ja Ah, okay Hollande Sehr schön Ähm Wir bringen die hier noch Wir können ja auch mal Anstatt Jura Mal ein bisschen französisch Küchenfranzösisch Ja Ähm Dass der gewinnen wird Und der hat ja schon angekündigt Dass er Auf europäischer Ebene Rocken wird Also er wird ja Den Vertrag Das ESM-Ding Nach aktueller Ankündigung Scheitern lassen So Zumindest in der Form In der es jetzt vorliegt Er sagt Genau Sparen Gut, also den ausgeschlossenen Haushalt Kann man machen Aber sich Totsparen Kaputt sparen Bringt nix Angst vor Mord Selbstmord zu begehen Hilft keinem Genau Hier So wie die FDP Selbstmord aus Angst vor dem Tod Sagt man glaube ich immer Ja, ja, genau Und Und Deswegen finde ich es eigentlich schade Dass die SPD nicht einfach klar sagt Dass wir das gegen diesen aktuellen Vertrag Sagen Ja Staatsbürgersches Dingster Verantwortung Scheiß Wir springen Merkel beiseite Sondern volles Kontrafahren Weil der Vertrag ist einfach scheiße Ja Aber Wem erzähle ich das? Ja Was willst du jetzt von mir hören? Ja Dass ich recht habe Ja, du hast recht, Dennis Danke Du hast recht Nee, aber Frank, ich finde es spannend Ich habe das nur auf Arte geguckt Den Wahlabend Ah, das ist ja wieder deutsch-französisch gewesen Genau Mit zwei deutschen Gästen Und zwei französischen Nee, nee Es war eine französische Politologin Ah, okay Das Wort habe ich in der Sendung Ah Und deutscher Moderator Hast du die ganze Zeit gesessen? Politologin Politologin Ja, genau Ich habe beim ersten Mal falsch ausgesprochen Ach, Entschuldigung Die Grünen Ich habe völlig durcheinander Die Grünen haben nur zwei Prozent Der Liberale hat 9,1 Da würde man gucken, wo der hingeht dann Verzeihung Ja, es war eine französische Moderatorin Und ein deutscher Moderator Und ganz lustig Manche Schalten waren auf Deutsch Manche auf Französisch Aha Aber die Übersetzung war perfekt halt Ja Also Arte kann ich Wer möchte Das irgendwie folgen möchte Sollte sich Arte Auf der Webseite von Arte gucken Weil das irgendwie Die versuchen auch den Blick Aus der deutschen Sicht So ein bisschen zu gucken Ich finde auch Das ist auf jeden Fall besser Als Spiegel Online Weil die sind einfach Rotze Ja, mein Gott Das ist Spiegel Online Also ich meine Was ich immer An Arte finde ich immer Das Live-Programm recht gut Also wenn da so Talkshows sind Und so Ja Die sind halt anders Ja Vielleicht liegt es auch einfach Vielleicht muss man auch Einfach nur anders sein Dass man schon Also dass es in meiner Rezeption Irgendwie gut ist Das weiß ich nicht Aber Mir gefällt es auf jeden Fall besser Als der Scheiß Der da Und im 12. guckt man nachts SM-Pornos auf Japanisch Was? Ja, ich hab mal zufällig Mitten in der Nacht Auf Frankreich Auf R-Untertitel geschaltet Da lief eine Dokumentation Über SM-Pornos In Japan Mit diesen berühmten Gelben Untertiteln Ah, die gelben Untertitel Kenne ich, ja Ja Über die Dokumentation Weder die Dokumentation Noch das Genre Worum es ging Wäre mir geläufig Das war ganz lustig Kennst du den Sketch Von Dennis und Jesko? Das mit den Untertiteln? Äh Hier, ja Ich kenne das Jean-Jacques Bidet Danse Oh, das genau Manipulation Weiß ich nicht Ja, ja, genau Die G-Manipulation Tanzt auf jeden Fall Ja, er tanzt vieles Das ist ja ein Video Ja, ja In der Blau-One Neiden die immer wieder Auf alles andere drauf Ähm Ne, ja Da gibt's noch so ein Sketch Da mit den Untertiteln Dass die ansteckend sind Und so Weil er zu viel Arte geguckt hat Geht zum Arzt Achso, okay Ja, nee Ich hab auch die letzte Staffel Dennis und Jesko Ist völlig an mir vorbeigegangen Wie heißt die Oma denn nochmal da drin? Frau Schnackenburger Frau Schnackenburger Das ist nicht ihr Sketch Ach ja Das ist norddeutscher Humor Das ist guter Humor Manchmal sind die eigentlich wie ich Die sind manchmal echt richtig Also lustig Manchmal finde ich ganz blöd Finde ich manchmal Wenn diese NDR Star NDR Star Moderatoren da auftauchen Da wird's erst immer so ein bisschen Ja, muss das sein Ja Naja Aber die beiden Polizisten Fiete Burns und Dörte Petzold Ja Weißt du was Ich lass das mit dem Verlinken jetzt sein Weil ich zu viel reinschmeiße Ja, das können die Leute sich raussuchen Das ist Ja So geht's nicht So, jetzt sind wir von Frankreich auf Dörte Petzold gekommen Ja, aber ich versuche immer noch rauszukriegen Wann denn diese verdammte Stichwahl ist Naja, also was wir machen müssen Am 12. Am nächsten Sonntag Ja Wird ja ein SH gewählt In Schleswig-Holstein Ja, das ist richtig Deswegen müssen wir eigentlich noch Wahltipps abgeben Aber wir haben vorher noch eine Sendung Wir haben zwar nächste Woche keine Sendung Weil Republika ist Ja, aber davor nicht mehr Vor dem Sonntag nicht mehr Ist am 6. schon Wahl Ich dachte erst Ja, am 6. Eine Woche vor 13. Ach, ich dachte erst am 13. Wäre Wahl Nein, 13. ist NRW Ah Eine Woche später Ach ja Das heißt, wir sollten jetzt mal Tipps geben für SH Oh, kann ich nicht Könntest du nicht? Nee Müsste ich auch jetzt mal auf die Umfragen gucken Müsste ich total Ja, du musst eine Orientierungshilfe haben Was ist denn das denn für ein Tipp? Das ist doch scheiße Du hast doch aufgeguckt 6.5. sind die Stichwahlen Zusammen mit hier Schleswig-Holstein Okay Ja, vielen Dank Chat Ich sage vielen Dank Also ich tippe auf Hollande Holland Ja, ich hoffe Ich hoffe Sonst können wir das irgendwie komplett vergessen Ja Mit dem Europa und so Das wird Und Sarkozy würde im Zweifel dann Das ist die Geht um die fucking Zukunft Um dieses Nein, wie nennt man das denn noch? Was denn? Die Konsequenz Genau das Wort habe ich gesucht Das ist einfach die Konsequenz Wenn wir uns alle totsparen Ja, und dann gehen einfach mal ein paar Volkswirtschaften Den Bach runter In Südeuropa Ja Das wird Deutschland vielleicht noch einigermaßen aushalten Ohne dass hier großartig Aber wenn's Aber Frankreich ist auch immer so Immer so So, so, so Immer am Driften Ja, aber ich meine Das wird hier Weißt du, hier in Deutschland Wird das noch halbwegs aushaltbar sein Auch weil uns schon viel Staatliche Infrastruktur Schon einfach weggenommen wurde Ja In den letzten 30 Jahren So Ähm Aber wenn Wenn die einfach in Südeuropa abkacken Dann kannst du die ganze Dann kannst du im Prinzip Kannst du die EU dann in die Tonne treten Und das wäre sehr schade Das wäre wirklich schade Naja Weil die EU ist ein Also was keiner Ich glaube Fast viele Leute Die immer so in Welt-Online-Forum schreiben Die EU EU SSDR oder so Nach dem Motto Europa ist ein Friedensprojekt Punkt Und das ist Und die europäische Idee zu erhalten Sollte jedes Jeder Also die Aufgabe Jedens 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 Ich krieg's nicht hin Jedes Demokraten Danke Äh Jeden Demo Scheiß Präpositionen Ja Mein Tag war auch lang Ja Stimmt Du hast erst Hast du verschlafen Dann hattest du auch noch Früher frei Ich hatte die früher frei Und lass mich doch hier mal Ein paar Gerüchte streuen Ich hatte schon die Schule Die war anstrengend Oh Wie schrecklich Ja So Weiter im Saft Auf jeden Fall Europa ist ein Friedensprojekt Das zu erhalten gilt Punkt Ja das Problem ist halt Das muss man sich ja auch mal klar machen Wenn die EU Oder auch nur die Die Eurozone reicht ja erstmal schon Wenn die untergeht Sind wir einfach auch wirtschaftlich am Arsch Ja Weil Wenn wir eine eigene Währung hätten Dann würde die so massiv aufgewertet werden Ja Dass wir einfach Die könnte das mit der Exportwirtschaft Das könnte knicken So Oh Deutschland ist eine Exportnation Und weil wir Die Binnennachfrage so massiv vernachlässigt haben In den letzten Jahrzehnten Werden wir einfach so fies auf die Fresse fallen Aber Mit Anlauf Naja gut Ja ja Die Konservativen haben es so gewollt Und dann Und vor allen Dingen wird das dann teuer Dann werden wir nämlich richtig Schulden machen müssen Ja Aber die können ja so gut mit Geld umgehen Ich krieg's kotzen Lass uns bitte das Thema wechseln Ja Du sagst mir das Thema Ich weiß es nicht Ich sag dir das Thema Ja Gib mir ein Stichwort Gib mir ein Stichwort Ich hab ja nur noch Ich mach dann mal Stell um wie du möchtest Ja ich sag mal Google Google Drive Ja wenn du das Ja Und zwar machen wir Kleine Hobby Take Technik Ähm Und zwar Ähm Hat jetzt Google Drive Oder Google hat eigentlich Drive vorgestellt Worauf wir seit 2006 warten Also 2006 gab es das erste Gerücht um Google Drive Und wie schrieb der Herr Sixtus 2006 wäre Google Drive innovativ gewesen Ja Ist auch völlig richtig Ich mein das gibt's doch schon längst was da passiert Also Google Drive wurde jetzt am Mittwoch Oder am Dienstag vorgestellt Äh es gibt 5 GB Mail hat jetzt 10 GB Ähm Und ist so ein bisschen Dropbox Für Arme Also aus Google Docs ist jetzt Google Drive geworden Ähm Das ist so ein bisschen aufgebaut Online Office mit Dateispeicher Online Dateispeicher Mit Sharing Ähm Das einzige interessante ist irgendwie diese Apps Die es da gibt Dass du das irgendwie ein bisschen erweitern kannst Aber das auch nicht mehr als eine Verlinkung Das heißt wenn du eine App installiert hast Das ist so eine Mindmap App Dann wird einfach ein eigenes Icon angezeigt Dann kannst du Die Apps werden dann Die Dateien Diese Mindmap Dateien werden direkt In diesem Programm Auf die Webseite geöffnet Also Google Drive ist Ähm Technisch gesehen Die arbeiten seit irgendwie seit 6 Jahren Daran scheinbar Die kriegen das nicht hin Dropbox Ist um Längen besser Hat Dropbox nicht Das ist auch Dropbox ist vor allen Dingen nur so ein ganz kleines Büdchen Wenn ich das richtig sehe Ja Die hosten die Zeug immer noch bei Amazon Ja Ähm Und trotzdem Die meisten Dropbox viel Erfolg haben Selbst Microsoft ist viel innovativer als Google gewesen Mit SkyDrive Also es gibt SkyDrive von Microsoft Ja Und da konntest du 25 GB hochladen Äh Teilen konntest du nur 7 GB Das war so als Online Backup Auch Teilen mitgedacht Haben mittlerweile jetzt geändert Jetzt hast du jetzt 7 GB fest Und das ist auch Äh Für Windows User Äh Wird das irgendwie dann in Windows 8 fest integriert sein So ein bisschen Äh Und es ist halt das Dropbox für Windows Also Wer ein bisschen mehr Windows macht Da wird ein bisschen mehr Windows Sachen unterstützt Dass wenn du Online-GS hast Du sieht es auch ein bisschen aus wie dein Desktop Und hast dann Es ist ein bisschen Es ist ein bisschen angepasst an Windows Aber es ist halt ähnlich wie Dropbox Aber immer noch besser als Google Drive Und ähm Dann Nehme ich an Äh Die 5 GB sind Äh Wie so oft auch Bei Google Nicht nur über Premium Sondern vor allem über Werbung finanziert Natürlich Ich hab's nicht getestet Ich hab Ich hab Madblocker drin Ich seh sie eh nicht Achso okay Aber ich hab hier meine Aber natürlich Meine Dropbox läuft Und das reicht mir eigentlich auch Weil ich Ich mein Da hast du ja auch ein paar Gigabyte frei Und das krieg ich eh nicht voll Also ich bin bei Dropbox auch erst bei 20% Da schmeiß ich ab und zu schmeiß ich mal Äh Meine ganzen Kundenprojekte und so Die hab ich alle in der Dropbox drin Verschlüsselt Ja Ähm Weil ich einfach weiß Im Zweifel Wenn mir die Bude abfackelt Komm ich dann immer noch dran Ähm Und nur ganz wenig Prozent Und wie nur ein Prozent Ist wirklich Dateien Die ich auch mit anderen Leuten teile Also ich teile eigentlich gar keine Dateien Also nur mit mir an anderen Orten Äh Ich krieg Dateien geteilt ab und zu Ähm Äh So Arbeit und was nicht Noch alles für Vereine und sonstige Dinge gibt Das Das funktioniert ja schön und so Aber was ich manchmal mache Wofür ich das ganz praktisch finde Ist ähm Wenn ich mal äh Einen Film mit nach Ostfriesland nehmen möchte So und ähm Den aber aus irgendeinem Grund Nicht auf die Platte kriege Weil ich noch was wollte Zum Beispiel ehrlich neulich äh Musste ich aus Gründen Die ich jetzt nicht näher erläutern will Äh Warte was ist denn? Da war irgendwie Geräusch ne? Mhm Ja ist egal Ähm Die ich nicht näher erläutern möchte Musste ich ähm Meinen Laptop als externe Festplatte benutzen Das macht jetzt keinen Sinn Das war aber so ähnlich Und äh Auf jeden Fall war da irgendwie die Platte voll Und da hab ich Immer noch einen Film in die Dropbox geschmissen Und das War eigentlich ganz Ganz nett so Weil äh Das Schöne ist ja Du hast da auch irgendwie einen iOS-Zugang Ich hab das jetzt nicht ausprobiert Aber ich meine Ich hätte den Film auch über Dings dann gucken können Ja Äh Geströmt Muss das eigentlich funktionieren Oder nicht? Das hab ich nicht getan Das weiß ich nicht Ja Das ist jetzt auch nur eine Vermutung von mir Wahrscheinlich geht das nicht Und ich Denke mir wieder Sachen aus Die ähm Auf jeden Fall ist es Man haben möchte Aber keiner hat Und jetzt glaub mir wieder jemand Die Geschäftsidee Verdammt Ich kann dich nicht einfach mal die Die Fresse Ähm Dropbox und jetzt Hat auch reagiert Wir sind auf Cool Drive Die haben jetzt das Sharing erweitert Vorher konntest du halt Ordner sharen Mhm Und so öffentliche Links Konntest du in diesem Public Ordner machen Genau Jetzt kannst du das überall machen Du kannst einen öffentlichen Link generieren Von der Datei Und du kommst auf so ein Webinterface Ne? Das hatte ich In der Tat heute zum ersten Mal Ja Und das fand ich sehr verwirrend Muss ich sagen Ja Äh Weil Um das dann irgendwie Da muss man nämlich wieder Ein Symbol anklicken Damit das in seine Dropbox Gesynkt wird Oh Und das Also ich fand Also ich meine Das stand da zwar erklärt Aber ich meine Das war irgendwie heute Morgen Um Wie spät war das Sieben oder so Als ich das gemacht habe Ich meine Das kann sein Dass ich da einfach nur zu müde war Oder mir das zu früh war Äh Aber Aber das fand ich ein bisschen verwirrend Ich Ich nehme den Den leichten Rand mal ein wenig zurück Und Guck mir das nochmal an Denn mit Foursquare habe ich mich da auch schon mal Vergaloppiert Ja Soviel zu Google Drive Ähm Wir warten Also Google Leute Wir warten Selbst wenn ihr Selbst wenn die jetzt Selbst ironisch ihren Blogpost schreiben Ja Ja Google Drive ist wie Loch Ness Hat noch niemand gesehen Aber es ist doch da Ähm Schreiben Ähm Ja das war auch klasse War das nicht die offizielle Presse Mitteilung sogar Ja genau Leute Wir warten Seit verflucht Sechs Jahren auf euch Wir haben euch vor drei Jahren aufgegeben Dass das nicht mehr kommt Und Zumal Ja Dieses Gerücht ist seit 2006 Wenn ihr das 2006 gestartet hättet Zumal ist die Anbindung jetzt ja auch nicht Das ist ja im Prinzip Ist das ja nicht mal 0815 Ja Die haben ja nicht mal irgendwie Das auf die Reihe gekriegt Das so schön zu machen wie Dropbox Ja Von daher Naja gut Es ist jetzt Ich betrachte Google Drive auch nicht mehr als aufgebaut Stocks Ich gucke mir das Ich gucke mir das nochmal an Äh Weil ich hab's noch nicht getan Ich muss erstmal Zeit finden Vielleicht am Wochenende Äh Ich hab ja auch noch andere Dinge zu bauen Da musst du mir übrigens noch helfen Vielleicht Über Skype Aus Polen Ach Scheiße Ne Vergiss es Ich bin polnische Haarzeit besoffen Abababababababababababa Montag höchstens Oder Dienstag Wir könnten Dienstag uns mal hinsetzen nochmal Und eine Session machen Ja können wir auch mal gucken Ich nehme ja alles mit hier Und Internet haben wir auch dabei Äh Denn ich mach was Schönes. Geheimprojekte. Ne, ich glaub, so geheim ist das gar nicht. Ich hab das alles schon vor Wochen allen verraten. Aber das muss ich auch, damit ich immer wieder hier angekackt werde. Mach doch mal endlich. Ich hast was gesagt, mach doch mal, sonst komm ich eh in die Zupporte. Gut, wie dem auch sei. Mach doch mal die Technik-Ecke zu Ende. Mit Steam. Ja, weil da haben wir das getan. Ja, Steam für Linux kommt. Oder ist jetzt nicht angekündigt, aber jemand, der da irgendwie sehr drin ist in diesem Business, der hat Screenshots gepostet davon. Und der hat ein paar Infos rausgehauen, und zwar Steam für Linux kommt. Jahrelang limitiert, jetzt soll es kommen. Die haben die Source-Engine auf Linux portiert. Das heißt Left4Dat 2 wird für Linux kommen. Und die animieren, also Valve, wie spricht man die denn aus? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, bei der Tagesschau gibt es eine Aussprachedatenbank. Nee, es gibt bei Leo. Ja, aber es gibt aber... Dictleo.org. Aber ich finde das, also nur als er hin, also so als neben... Wahrscheinlich ist es Valve. Ja, ja. Gibt es eine Aussprachedatenbank, da gibt es eine wirkliche Datenbank, wo du sagen kannst, so hier so, so der weißrussisch-aserbaidschanische Botschafter, der Korfsch heißt. Ach was, die ganzen Namen? Wie geil ist das denn? Die können das anklicken, und dann gibt es eine perfekte Aussprache. Ach was. Und der hat irgendwie 20.000 Einträge, diese Aussprachedatenbank der ARD. Ach was. Darauf können alle Moderatoren zugreifen und so ein Scheiß. Ziemlich coole Idee eigentlich. Aber die sind auch schon auf die Idee gekommen, halt auch Nachrufe auf Abruf zu produzieren. Ja. Ich meine, das passiert ja überall. Das ist natürlich scheppig wie Sau, aber man muss natürlich... Nein, nein, das ist nicht scheppig. Doch. Es ist mir lieber, dass sich ein Redakteur hinsetzt, ordentlich das Ding macht als, Scheiße, der ist tot, wir müssen was machen. Und das ist doch so ein Schäme. Ja, aber ich meine, die Fehler sind doch trotzdem drin. Das ist doch assi. Die werden im Monatsrhythmus aktualisiert. Zum Beispiel der von Angela Merkel. Also die haben auch... Ja, natürlich. Wenn Angela Merkel morgen abbrannt, dann kann die ARD ein zweistündiges Special senden. Sofort. Nee, da kommt doch bloß wieder eine Viertelstunde-Brennpunkt. Doch. Das ist doch immer so. Nein. Das ist doch genauso, als Rudi Völler zurückgetreten ist, gab es auch eine Viertelstunde-Brennpunkt. So. Mehr kriegt die Merkel auch nicht. Nein, aber es gibt... Also die haben sogar... Sie sagen es auch so... Als Bundestrainer übrigens, nicht nur irgendwie so. Ja, die sagen auch so, dass die Leute auch kategorisiert haben. Manche Leute kriegen halt ihre ARD-Meldung, also ihre Tagesschau-Meldung, aber andere kriegen auch ihre Doku, die fertig auf Halde produziert ist. Wie nennt sich der Scheiß Tagesschau? Aussprachedatenbank. Aussprachedatenbank. Was ist das für ein schrecklicher Name? Das ist ja genauso wie Risikofolgenabschätzung. Aber das ist ein cooles Ding eigentlich. Eine coole Idee. Ja, auf jeden Fall. Schade. Ich glaube, sie ist nicht öffentlich. Vermutlich nicht. Was? Sie ist nicht öffentlich. Och nö. Aussprachedatenbank der ARD. Oder doch? Wollen wir in diesem ABC erklärt. Das ist hier Wikipedia. Ach so. Ich gucke mal rüber ins Internet. Hier. Ah. Wir gucken mal gemeinsam ins Internet. Das ist ja auch schön in so einem Audio-Podcast. Ja, es ist irgendwie Selbstdarstellung. Ach so. Mit akustischen Beispielen aber nur. Ach so. Ja, wir verlinken einfach mal den Wikipedia-Artikel. Schaut ja nix. Das finde ich eigentlich eine Suche. Also, Welf. Kostet ja nix, ne? Kostet ja nix. Ja, Urheberrecht. Komm, geh weg. Äh, Welf. Welf. Ach ja, das wollte ich ja genau. So, warte mal. Ja, guck mal bei Leo. Ja, ja. Ich bin schon dabei. Welf, wahrscheinlich. Welf. Welf. Ja. Welf. 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 Ach, das war britisch. Verzeihung. Ich kann auch noch amerikanisch. Jetzt komme ich zu miriamwebster.com. Okay. Also, die haben jetzt... Na nun, warte doch mal. Ja. Hallo. Ja? Nix. Darf ich? Ja. Ja. Hier öffnen sich gerade fünf Pop-Ups und es steht hier, listen to the audio pronunciation again. Nein, ich will das einfach nur schließen und ich habe Angst, dass mir jetzt hier alles zusammenbricht und dass meine Aufnahme abstürzt. Leute, lass sowas doch sein. Bevor mich, die verlinken die mich hier weg. Ach, da steht da sogar, dass das nicht mehr auf Leo ist. Ach so. Ja. Also, die haben mir das jetzt vorgestellt, soll kommen, sie animieren, auch andere Hersteller zu machen, auf Linux zu machen. Und das ist auch nativ. Also, nicht irgendwie so eine Wine-Sache. Wine, sagt ihr was? Mhm. Das ist halt diese... Ich bin ein Mac-Nutzer. Aber da gibt es doch kein Wine. Doch, die heißen doch auch... Die ganzen Ports von diesen... Das ist doch auch Wine und Dings. Ja, auf Mac? Das ist doch alles hier... Okay. Ist ja egal. Wine ist so eine... Bar bietet die ganzen Windows-APIs für Programme, sodass du Windows-Programme auf Linux laufen kannst. Das funktioniert recht stabil sogar. Es gibt auch so eine kommerzielle Sache für Spiele. Den Namen habe ich leider vergessen. Kostet irgendwie ein paar Euro. Ja, hier. Hier. Installing Wine on Mac OS X. Ah, okay. How to install Wine on Mac OS X und bla, bla, bla. Habe ich mich schon nicht versehen. Ja. Also, so in die Richtung geht es. Ob es jetzt irgendwie... Also, wie gesagt, ich weiß ja... Auf jeden Fall ist das nativ. Ich kann ja nichts. Deshalb habe ich Jura studiert und deshalb weiß ich jetzt nichts, weil ich Jura studiert habe und naja. Wäre es ein Gesetz, wüsstest du Bescheid? Ja, nö. Nicht zwangsläufig. So. Du versuchst ja nicht, passt das Gesetz rauszusuchen, oder? Nee, nee, nee. Ich gucke nur was, weil ich gleich noch was habe für dich. Auf jeden Fall noch zusätzlich, was gerade vor ein paar Tagen auch kam, die haben ihr Mitarbeiterhandbuch, ist ja geleakt. Hast du es gesehen? Von was? Von Valve. Ja. Und das ist ziemlich geil. Das ist halt so ein Handbuch, das die neuen Mitarbeiter bekommen. Und da wird so überklärt, wie die Firma funktioniert. Und das Buch zeigt, das bestätigt, dass es echt ist, dass Valve eine sehr, sehr flache Firma ist. Eine sehr flache Hierarchie. Ja. Es wird nur gesagt, es gibt nur einen Obermarker. Also ein Chef, der irgendwie Chef ist, weil er sein Chef sein muss, ist der Gründer. Ja. Und alle Mitarbeiter können machen, was sie, also sie haben 100% auch Freetile, so wie Google heißt, wenn sie 20% für eigene Projekte. Ja. Bei Valve können sie die Leute einteilen, wie sie möchten. Die können Freigaben erteilen, wie sie möchten. Ja. Es gibt irgendwie keine Abteilungsleiter und so. Wenn sie Urlaub brauchen, kriegen sie Urlaub. Unter den Schreibtischen haben sie Rollen, das heißt, sie können sich zu eigenen Teams zusammenbauen. Und es gibt eine Karte anhand der IP-Adressen, das ist eine ganz coole Sache. Okay. Und das ist ein saukooler Laden, sieht das aus. Ja. Und die haben auch so soziale Dinge, also Social Benefits heißt das ja im Amerikanischen, von Massage, Wäschediensten und so einen ganzen Scheiß. Also um Längen besser als Google. Und Google war schon mal lange Zeit bester Arbeitgeber in den USA. Also das habe ich nicht gehört, aber ich frage mich gerade, warum muss denn das geleakt werden, wenn das so eine offene und flach hierarchisierte und sonst was Firma ist? Ich glaube, das haben die extra gemacht, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, aber das ist doch kein Leak, denn das ist doch... Ja, deswegen habe ich Leak auch in Gänsefüßchen gezeigt. Ah. Das ist ja in einem Audio-Podcast immer hilfreich, das mit den Gänsefüßchen. Ja. Auf jeden Fall. Valve macht jetzt da auch mit Steam mit Linux, weil auf Mac läuft das ja eigentlich recht erfolgreich, oder? Steam, ja. Ja, ja, klar. Also ich habe mir da auch schon Spiele gekauft. Und ich zögere immer nur davor, mir Left 4 Dead 2 zu kaufen, weil ich weiß, dass ich dann die Nächte am Computer zubringe und Zombies durch den Morast durch den Morast jage. Äh, die jagen dich durch den Morast. Ja, aber ich muss... Ja, stimmt, stimmt. Ja, gut. Hast du eigentlich recht. Ja, ja. Ich habe immer recht. Ich gebe mich vollkommen geschlagen. Ja. Soweit die kleine Technik-Ecke. Ja. Hobby-Tick-Technik. Mit dem, äh, ja. John... Stellt euch einfach mich mit John Pips. John Pips. Pütz. Pütz. Der ist, glaube ich, Luxemburger übrigens. Ja, ist er sogar. Das weiß ich sogar. Ja. Äh, mit dem Bart vor und dem grauen Härchen. Genau. So. Und am Ende kommt immer ein Vogelhäuschen raus. Kommen wir doch einfach, äh, mal zu schönen Themen. Was hast du denn? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin, ich fühle mich echt hilfwehrlos. Weil du könntest jetzt mit allem kommen. Ja, also in Berlin. Okay, es fängt schon arg gefährlich an. Ja, in Berlin, da kann man ja wohnen. In sogenannten Häusern, die teilweise noch in eigene, äh, Wohn-Kompartments, äh, aufgeteilt sind. Das nennt sich dann Wohnung oder auch, äh, Loft für die Betuchteren. Äh, gibt auch kleine Häuschen. Ein bisschen bei der Außen stehen die ja meistens, wo dann so Familien wohnen können. Villen natürlich, ja. Ähm. Und auch so Betonklötze. Mit ganz vielen Wohn-Kompartements. Wohneinheiten heißt das. Ja. Äh, das sind die, ne, Plattenbau. Wir denken da an die Randbezirke, Marzahn-Hellersdorf. Äh, und so. Mhm. Ne? Und wenn man irgendwo wohnt. Ja. Und einem diese Wohnung, dieses Haus nicht gehört. Ja. Und man auch nicht zu seiner Sparkasse läuft, um sich zum Beispiel, sagen wir, ein kleines Fachwerkhäuschen in einer Stadt. Ja. Äh, zu kaufen. Manche von uns wollen das ja tun und haben das vor. Äh, bei diesen und ähnlichen Vorhaben wünschen wir viel Erfolg und einen niedrigen Zins. Ach ja. Und... Ich glaube, so aus dem Aussehen hat er es geschafft. Äh, hab ich noch nicht. Ich war nur heute Morgen... Er meinte so, mit dem Glück ist er ein paar Monaten dort. In ein paar Monaten? Na, also ja, so hab ich den Tweet jetzt gelesen. Ich kann mich jetzt auch irren. Also ich hab nur heute Morgen den Forecast gehört und da ging's irgendwie nochmal drum. Äh, genau. Ja, aber er meinte jetzt im Tweet, wenn nichts schief läuft, klappt es. Ja gut, dann, äh, will ich nichts sagen. Aber trotzdem, ich wünsche immer noch, weil man muss dann ja auch, den Kredit muss man ja auch bedienen können, ne? Und da soll man ja auch Gesundheit und, äh, hier, beruflichen Erfolg und sowas gleich mitgewünscht äh, werden und, yo, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt ist es mich durchgebrannt. Ach genau. Wenn einem das Wohneigentum nicht gehört, muss man Miete zahlen. So. Und wenn man Miete zahlen muss, äh, wir reden jetzt mal gar nicht davon, dass man noch essen muss, weil das, ne, kann man sich bestimmt irgendwo erschnorren, aber so, äh, Wohnung erschnorren ist immer schwer. Da muss man Miete für zahlen. Normalerweise. Und dafür braucht man Geld. Mhm. Nun ist ja hinlänglich bekannt, dass mehrere Millionen Menschen in Deutschland keinen Arbeitsplatz haben. äh, erwerbs, äh, fliege Menschen. Erwerbslos sind. Ja, ja. Keine, äh, ne? Und auch dementsprechend, äh, eigentlich kein Geld haben. Ja. Aber, wir sind ja ein Sozialstaat. Zumindest. Glauben wir das? Zumindest, äh, will man uns das, äh, weismachen. Weismachen. Und da wird, äh, sogenanntes Arbeitslosengeld gezahlt. Zwei. Ja, es gibt zwei, äh, davon. Genau, weil es gefühlt 30.000 Sozialgesetzbücher gibt. Wenn man, äh, länger gearbeitet hat und ein bisschen mehr Geld verdient hat, also, wenn man anständiges, wenn man, ja, und wenn man anständiges Einkommen hatte, äh, und längere Zeit gearbeitet hat und dann arbeitslos wird, wir reden hier von abhängiger Beschäftigung, ne, also Selbstständige ist immer noch, äh, wieder was anderes, dann, äh, kriegt man sozusagen Arbeitslosengeld eins, geregelt im Sozialgesetzbuch drei, ne, weil eins und drei macht ja Sinn. Und, äh, wenn man wenig verdient hat oder die Zeit abläuft, wenn es keine ALG eins mehr gibt, gibt es Arbeitslosengeld zwei, geregelt im Sozialgesetzbuch acht, zwei. Macht ja Sinn, weil, ist ja. Ach ja, stimmt, SGB II, ja, ja. SGB II, ALG II, ALG I, SGB III, das ist doch völlig, ist es doch, was ist denn jetzt eigentlich im Sozialgesetzbuch zwölf geregelt eigentlich? Zwölf gibt es, oder? Äh, äh, ja, ich bin jetzt hier nicht so der Sozialrechtstyp, ne, aber zwölf ist mein, meine ich, oh Gott. Ja, aber es ist auch so mächtige Werke, also. Ja, das ist ja auch, da ist ja auch viel zu regeln, das ist halt alles nicht so einfach, äh, da musst du schon, weil, muss ja immer, also, prinzipiell kann man immer sagen, einfache Regelungen kann man, kann man machen. Aber sie neigen dazu um die Rechtefälle. Aber die sind halt, genau, die sind halt immer sehr pauschal. Ja. Und du kannst halt nie so die ganzen Einzelfälle, die irgendwo passieren. Gerade Härtefälle und so, ja, ja. Genau, und da, und, und je weiter du es sozusagen gerecht machen willst, desto mehr musst du ausdifferenzieren und so, und dann brauchst du halt riesen Bollwerke, das ist halt nicht so einfach. Und da hängt halt ein Rattenschwanz dran, der sich der, der Nichtjurist gar nicht bewusst macht, ja. Ja. Ne, ganz einfach Krankenkasse, denk doch mal drüber nach, was passiert denn, wenn dich jemand verletzt und du, und du, äh, und deine Krankenkasse Kosten mit dir hatte? Ach du Scheiße, hörst du, äh. Ja, dann muss die natürlich, äh, jetzt denkst du natürlich, naja, dann, äh, zahlt sie halt meinen Unfall, ja. Ja, das muss sie ja, sie muss ja bezahlen, dass du hier wieder fit gemacht wirst, so. Aber sie holt sich das Geld wieder. Ja, sie kann sich das Geld von dem wiederholen, das geht aber, hätte, würde es diese bestimmten Vorschriften nicht geben, ginge das nicht einfach so, dann müsstest du ihr das abtreten, dieses Recht. Äh, aber wir haben dann eine sogenannte Cessiulegis, also eine Abtretung schon im Gesetz vorgesehen, dass sich die, ähm, Krankenkasse diese Kosten wiederholen kann. Sowas muss man, also über sowas denkt man einfach, nee, das, das hat man einfach nicht auf dem Schirm. Und solche ganz, da gibt's noch vielerlei mehr Beispiele, ähm, weswegen diese, diese Dinger einfach so dick sind. Und natürlich kommt auch das ganze Beitragswesen hinzu, es geht ja nicht nur um die Leistung und überhaupt und sonst was. Also ich hab jedem Respekt, ich hab vor jedem Respekt, der das Ding durchsteht, durchversteht und auch danach ordentlich handeln kann, was ich so gefühlt, was man so hört, dass sehr viele Ämter, die nach diesen Gesetzen arbeiten müssen, sie selber nicht verstehen. Ja. Es gibt zwölf. Zwölf ist, äh, Sozialhilfe, also die neue Sozialhilfe nach, äh, nach der Reform sozusagen. Also die Leute, die nicht mal Allgeld 2, Allg2 bekommen können. Genau. Weil Allg2 bekommt man ja nur, wenn man auch erwerbsfähig ist. Genau, wenn du zum Beispiel, äh, Grundsicherung im Alter, ähm, oder wenn du irgendwie krank bist oder so, äh, also solange krank, dass du auch kein Krankengeld mehr kriegst und solche Geschichten. Oder nicht mehr, einfach nicht mehr erwerbsfähig bist, aus welchen Gründen auch. Oder wenn man nicht in der Rente bist, immer noch nicht, ja, das ist das Wissen. Genau. Und, ähm, ja, und da gibt's halt, guck mal, das erste Buch ist zum Beispiel der allgemeine Teil. Mhm. Ne, das hat man dann, hat man alles so, was für alle Sachen gilt, zieht man, sagt man immer so, im Jura zieht man vor die Klammer. Ähm, das gilt halt für den ganzen Rest, der danach kommt. Dann gibt's noch, äh, das SGB X. Da sind, dann ist dann Verwaltungsverfahren, äh, ist da drin geregelt, unter anderem. Und dann gibt's halt die einzelnen Sachen, was weiß ich hier, ne, wie gesagt, äh, ALG 2 und ALG 1 und dann gibt's hier, äh, dann gibt's nochmal extra gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung, ist auch nochmal SGB IV, dann gibt's hier, ne, Krankenversicherung, Rente, Unfall, Kinder- und Jugendhilfe, bla bla bla. Und auf jeden Fall hat man ja vielleicht schon davon gehört, dass vor einigen Jahren die Harzreformen durchgeprökelt wurden. Agenda 2010. Genau. Im, äh, genau. Ein Teil davon. Ein Teil davon war, ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, wie gut und wie schlecht, und es ist schlecht, äh, es ist. Ne, also, ich möchte nur eins sagen hier. Die Idee war gut, aber sie wurde ordentlich gegen die Wand gefahren. Ne, das Problem ist, also man hat damals, man hat damals gesagt, also früher steckten viele Leute in der Sozialhilfe fest. Und, ähm, und feststecken nicht im Sinne von, die haben zu wenig Geld gekriegt oder so. Das war mehr als heute. Ja. Ähm. Die kamen dann nicht raus. Dazu kann man nochmal, dazu kann man nochmal gesonderten ganzen, oder mehrere Podcasts füllen. Das Problem ist nur, dass die aber keinen Anspruch auf Vermittlung hatten. Ja. Weil die nicht mehr, äh, also die konnten zwar zum Arbeitsamt gehen, aber mussten sich halt irgendwie anstellen, so. Und, äh. Die wurden halt auf dem Abstellgleis geschoben. Ja, und das waren halt meistens geringqualifizierte und so. Die hackten oder steckten einfach in der Sozialhilfe fest. Und die haben halt normalerweise keinen Job mehr gekriegt. Da haben wir gesagt, die wollen wir nicht aufgeben. Ja. Wir wollen zusehen, dass die einen Job kriegen. Und dann hat ja auch erstmal, äh, die Arbeitslosenstatistik ein bisschen umgewühlt. Auf einmal hatte man viel mehr Arbeitslose als vorher und die, äh, Springerpresse ist abgedreht. Das hat aber einfach nur damit zu tun, dass man ein paar Statistiktricks einfach, äh, rausgestrichen hatte. Die man heute wieder ansendet. Genau. Die man heute natürlich wieder anwendet. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Je nachdem, äh, jedenfalls führte das halt irgendwann zu dieser Reform. Jetzt gibt es das Arbeitslosengeld 2. Und, ähm, mit, mit all den Gängelungen, die damit verbunden sind und, und sonst was. Und Unmenschlichkeiten. Und, äh, da hat man jetzt umgestellt. Früher bei der Sozialhilfe war es so, da wurde ein Warenkorb ermittelt. Mhm. Das war bedarfsgerecht und so ein Scheiß. Ja. Ja. Jetzt mal eins nach ihr anderen, äh, anschauen im MMM. Ähm, äh, wo sind wir denn jetzt? Ich muss mein Pad wieder finden. Das komme ich hier, weil ich habe mir das schon mal vorgeschrieben. Also, ähm, also eine Gliederung gemacht sozusagen, für meinen Vortrag. Und, da gab es einen Warenkorb in Deutschland. Da hat man, ähm, also empirisch herausgefunden, hat einfach Sachen ausgewählt, die man zum Leben braucht. Also, keine Ahnung was. Das fing einfach bei Essen, also Äpfeln an, über Shampoo und, ähm, Kleidung. Ja, auch. Äh, aber, aber, das war noch ein bisschen anders geregelt. Hat man, dann hat man einfach sozusagen Warenkorb bekommen, was braucht man so, äh, erstmal zum Leben und danach hat man dann alimentiert, die Leute. Und dann gab es noch Sonderbedarfe. Äh, zum Beispiel Waschmaschine im Arsch. Ja. Brauchst du eine Waschmaschine? Musst dir die Reparatur bezahlt werden? Hast du die Waschmaschine selbst kaputt gemacht? Das wurde halt im Einzelfall immer geprüft. Oder kannst du vielleicht die Waschmaschine, äh, deines Nachbarn mitnutzen, weil das ist dein Bruder oder so. Sowas hat man halt im Einzelfall einfach geprüft. Und heute macht man das alles statistisch. Das heißt, man berechnet, wie viel braucht man, wie viel braucht der normale Mensch im Durchschnitt und das kriegst du auch, deinen Sonderbedarf sozusagen, kriegst du umgerechnet halt ein paar Cent für eine neue Waschmaschine oder ein Euro 20 oder so. Die Leute sagen, du sollst es dir sparen, so. Genau, der Witz ist halt, du sollst es dir ansparen, äh, um dann, äh, dir davon die Waschmaschine zu kaufen. Was natürlich bei 300 irgendwas Euro natürlich völlig witzlos ist, äh, denn, und wenn jetzt, äh, irgendjemand schreibt, äh, die können ja alle nicht mit Geld umgehen, ja, genau. Probiert mal, mit so viel Geld umzugehen. Äh, na, das Ding ist einfach, du kannst, also, ja, du müsstest irgendwie von 200 wie viel Euro dein Essen bezahlen und den Rest müsstest du irgendwie anlegen. Ja. Äh, das kannst du machen, ja, aber dann, guck mal, dann gehen dir halt im Winter irgendwie mal die Schuhe kaputt und dann denkst du, naja, ich kann jetzt irgendwie zwei Monate weiter rumlatschen oder ich nehme halt die 100 Euro, die ich mir gespart habe, oder die 200 und kaufe mir da ein vernünftiges Paar Schuhe von, so. Dann ist die Kohle halt weg. Und wenn halt mal, weil das ist ja statistisch alles ausgemessen, wenn halt eben die Waschmaschine mal nicht so lang hält, wie es vorhergesehen war in der Rechnung und dann auch noch dein Fahrrad im Arsch ist und, äh, dann auch noch deine Schuhe im Arsch sind und du noch einen Wintermantel brauchst, damit du dir nicht immer drei Pullis anziehen musst im Winter und zwei Paar Handschuhe, damit du nicht frierst, wenn du kurz zum Bäcker gehst, äh, dann geht das einfach mal nicht auf, die Rechnung, das ist ja einfach Quatsch, ja. Das sind auch so, so alberte Dinge, die sind so wie 20 Cent für Schnittblumen und so eine Scheiß. Ja, total, total weltfremd und wahnsinnig, aber darum geht's mir gar nicht. Man hat das halt jetzt geändert und dann hat man, äh, vorher ja Bedarfe jetzt versucht, statistisch festzulegen und die werden dann alimentiert, also nicht mehr geguckt, was gibt es und wie viel müssen wir zahlen und was sind Sonderbedarfe, sondern hat die Sonderbedarfe rausgenommen. Im letzten, nee, gar nicht wahr, ist das schon so lange wieder her, das ist drei Jahre her, was? Was denn, dieses, äh, Urteil? Zwei Jahre her. Bundesverfassungsgericht? Genau, 9. Februar 2010. Das klingt ja um die, äh, diese prozentalen Dinge für Kinder, oder? Ja, genau, da kommen wir gleich zu. Da hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, äh, und das kann man ja mal, äh, zitieren, weil wir sind hier, äh, Ihnen im Jura-Podcast Nummer 1. Wenn wir nicht der Bahn-Podcast sind. Ja, wenn wir nicht der Bahn-Podcast, dann sind wir der Jura, genau. Ähm, unter anderem festgelegt, das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, äh, aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip, also Menschenwürde in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip, sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Leben unerlässlich sind. Dieses Grundrecht aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz, ähm, Sozialstaatsprinzip in Klammern unter anderem, neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Artikel 1 Absatz 1 auf Achtung, der Würde eines, äh, jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung, äh, ist im Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen auszurichten hat. Klammer auf, Computer und Internet, taucht nicht in der Rechte auf, ne, Klammer zu, nur mal kurz eingeschrieben. Ein Wurf, nur kurz. Ich finde das sehr verständlich, das, was das Verfassungsgerichter geschrieben hat. Ja, das ist auch ein bloß hier, das, äh, Thema. Der Leitsat. Ja, ja, der Leitsat, genau. Du bist mal wieder, bist mal wieder völlig, viel richtiger als ich. Haha. Also, äh, dabei steht eben ein Gestaltungsspielraum zu, dem Gesetzgeber. Natürlich, immer. Ähm, drittens, zur Ermittlung des Anspruchsumfangs hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufgaben in einem transparenten und sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren zu bemessen. Da ist gleich der Knackpunkt, da kommen wir gleich zu, weswegen das dann verfassungswidrig war, unter anderem. Der Gesetzgeber kann, viertens, der Gesetzgeber kann den typischen Bedarf zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzmenüms durch einen monatlichen Festbrittag decken, muss aber für einen darüber hinausgehenden, unabweisbaren, laufenden, nicht nur einmaligen, besonderen Bedarf einen zusätzlichen Leistungsanspruch ausräumen. Und damit hat man, also mit dem letzten hat man schon gemerkt, es muss diese Sonderbedarfe wieder geben. Das heißt, wenn du deine Waschmannschaft nicht kaputt gehst, musst du zum Amt gehen können, die neu beantragen können. Nicht so genau sagt es das nicht. Da kann man drüber streiten, was das jetzt die Auslegung bedeutet. Aber damit wird halt ganz klar dem Punkt Rechnung betragen, dass wenn halt dir alles kaputt geht, auf einmal, dann musst du halt das auch finanziert bekommen. Und zwar nicht nur so wie es jetzt ist, dann kriegst du meistens ein zinsloses Darlehen, aber das wird dir halt von der Stütze wieder abgezogen. Das ist völlig Wahnsinn. Du lebst halt die nächsten drei Jahre irgendwie von Brot und Wasser. Naja. Gut. Und dann? Verlässliche Zahlen und schlüssige Berechnungsverfahren. Und zwar war, ja, weißt du es? Weil es war so, es gab das Verfahren selber, wie sie es ermittelt haben, ist es komplett intransplant gewesen. Und für Kinder und Jugendliche galt immer so immer 70 Prozent des Regelbedarfs der Erwachsenen. Wo leben wir denn bitte schön hier? Die Annahme des Gesetzgebers war einfach, das Kind, der Jugendliche, ist ein kleiner Erwachsener. Ja. Und das trifft natürlich nicht zu, weil Kinder und Jugendliche ganz andere Bedürfnisse haben als Erwachsene. Jugendliche sind sogar wahrscheinlich in den letzten Jahren ihrer Jugend wahrscheinlich teurer als Erwachsene. Auch Kinder und Babys sind viel teurer als Erwachsene im Zweifel. Aber darüber kann man sich, ne, aber das ist jetzt nur von mir so aus der hohen Hand herausgesprochen, auf jeden Fall sind einfach Kinder und Jugendliche, das liegt völlig auf der Hand, keine kleinen Erwachsenen, weil die brauchen auch, gerade wenn sie wachsen, noch ein bisschen... Regelmäßig neue Kleidungsruhe. Genau, von der Kleidung wollen wir gar nicht, ne. Und so weiter und so fort. Dann sollen die auch noch möglichst irgendwie noch zum Sport gehen, in die Schule und sonst was machen und Musik hier Instrument lernen. Genau, Geigenunterricht von 10 Euro im Monat. Ja. Paul Lein, schöne Grüße. Und da hat das Gericht gesagt, das ist weder auf verlässlichen Zahlen noch schlüssig. Damals kam dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zustande aufgrund einer konkreten Normenkontrolle. Es gibt verschiedene Normenkontrollverfahren im Grundgesetz vorgesehen. Was ist eine Normenkontroll? Normenkontrolle heißt erstmal, irgendjemand findet, dass eine Norm ungesetzlich ist, das kann eine... Gesetzverordnung, alles versehen. Ja, es gibt... Ne, 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 so einfach ist es nicht. Es gibt für bestimmte Sachen, ist das vorgesehen, aber jetzt auf Verfassungsebene sind es Gesetze und dann gibt es die abstrakte Normenkontrolle, die kann eingeleitet werden von Fraktionen aus Parlamenten, von Regierungen, von, fällt mir jetzt gerade gar nicht alles ein, was noch. Und dann gibt es die konkrete Normenkontrolle, die wird immer von Gerichten vorgelegt. Das heißt, da hat irgendein Gericht einen Fall zu entscheiden... Aber weiß nicht mehr weiter. Ne, ne, ne. Und guckt sich die Norm an, anhand dessen es zu entscheiden hat und sieht dann, naja, aber ich finde eigentlich, das ist verfassungswidrig. Deswegen, hier guckt man rüber. Und deshalb, bevor entschieden wird sozusagen in der Sache, also es gehen dann Eilentscheidungen meistens, weil es ist ja klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, zahl mir die Krankenkasse, du musst mir jetzt meine Zähne zahlen, sonst fallen sie mir aus, ich hab kein Geld, dann gibt es natürlich vorher irgendeine Eilentscheidung, weil du kannst halt einfach nicht zwei Jahre warten, bis es ist Bundesverfassungsgericht oder ein Jahr warten, bis es ist Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dann läuft es halt ohne Zähne rum, das geht natürlich nicht. Aber, im Grundsatz, steht das Verfahren erstmal still, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Und das war hier damals, dass... Öh? Oberlandesgericht? Ne, Landessozialgericht Berlin? Ja. Uh, ich weiß gar nicht, oder... Genau, das war vor drei Jahren war es. Ich weiß gar nicht, genau. Die haben das vorgelegt. Und die haben es jetzt wieder vorgelegt. Denn... Es wurde ja zwischendurch wieder geändert. Genau, es wurde wieder geändert. Es gab ein Bundesverfassungsgericht, Kinder haben irgendwie ein Fünfer mehr bekommen. Ja, ihr erinnert euch, es sollte irgendwie bis Ende Dezember gemacht sein, 2010, glaube ich, ne, ja. Und man hat es aber nicht geschafft. Halbes Jahr länger. Halbes Jahr länger gebraucht, weil es verschert mich schon, was das Verfassungsgericht hier sagt, ja, wir sind Parlamentarier, also bitte. Und da gab es irgendwie fünf Euro mehr, weil da hat man gesagt, naja, eigentlich muss man nach den Berechnungen, die wir hier angestellt haben, 25 Euro draufschlagen, aber wir ziehen gleich mal 20, äh, 20... Für Alkohol und so ab. War es nicht so mit Alkohol und Zigaretten, diese Diskussion, diese albernen Diskussion? Ja, ja, wir ziehen aber Alkohol und Zigaretten ab. Jetzt ist, äh, Sozialgericht Berlin, wird mir gerade, äh, zugesagt. Ja, und was mit dem Landessozialgericht Hessen, waren die das früher? Ich dachte, das war auch aus Berlin. Jetzt müssen wir wieder zehn Sekunden warten. Auf jeden Fall ist es egal. Es ging darum, es ist wieder... Es wird halt in Sozialgerichten... Wieder vorgelegt. Und jetzt ist es wieder vorgelegt. Denn, was nämlich, was, bzw. was nicht passiert ist bei dieser Reform, ist, äh, dass man die Berechnungsgrundlage teilweise für Kinder und Jugendliche geändert hat. Man hat wieder an einigen Stellen gesagt, hier nehmen wir einfach 70 Prozent des Bedarfs des Erwachsenen. Und wahrscheinlich, aus, zumindest aus meiner Interpretation des Urteils, hätte man das sogar sagen können, Komma, wenn man, äh, schlüssig darstellt, dass es sich eben in diesem einen, äh, in dieser einer, äh, Tabellen, äh, Zeile, in der wir uns befinden, aber es geht jetzt, keine Ahnung, um Würstchen, ja, dass da eben, das Kind braucht halt eben nur 60 Prozent so viel Würstchen wie ein Erwachsener. Das hat irgendwie Forschung aus, äh, Nebraska ergeben oder so. Kann ja sein. Und wenn man das hätte belegen können, dann wäre das vielleicht sogar möglich, dass man das einfach prozentual niedriger, äh, äh, weniger, weniger ansetzt. Also mit Prozenten unter Vergleich, ohne jetzt eigene Zahlen nochmal für Kinder und Jugendliche hervorzukramen. Ähm, aber das gibt es nicht. Ja. Und deshalb haben wir, also ich hab eine, eine, eine Vorlesung mal besucht, ähm, wir haben hier einen, äh, Verfassungsrichter, der ist, äh, hier Professor. Mhm. Und der hat mal, äh, eine Vorlesung gemacht, aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und hat da auch das Hartz-IV-Urteil durchgesprochen und, äh, und auch andere Urteile noch. War ziemlich interessant. Und, äh, der hat da auch gesagt, naja, also, kann natürlich jetzt nicht irgendwie so Sachen davor wegnehmen, er wusste halt wahrscheinlich schon, dass er, er hat nur auf die nächste, die nächste, äh, die nächste Klage gewartet, sozusagen, die nächste, hier, Normkontrollverfahren oder wie auch immer, und, äh, der hat aber schon gesagt, naja, der hat halt nichts geändert und richtig belegt ist es auch nicht. Also, ich, also, ich gehe auch davon aus, das wird denen halt wieder um die Ohren geschlagen und, äh, ich hoffe, ähm, dass das dazu führen wird, dass wir... Nochmal grundlegend überreden, wie das Ding. Genau, nochmal ganz neu drüber nachdenken, ob wir auch vielleicht mal die Gängelung sein lassen können, Leuten die Stütze zu streichen, äh, gerade bei Jugendlichen, also unter 25-Jährigen ist es ja so, wird ganz schnell, es wird sofort alles gestrichen und nicht nur ein Drittel, ob das überhaupt ein Weg ist, wenn wir uns mal angucken, insgesamt sind bisher, äh, drei Prozent, hab ich heute erst gelesen, drei Prozent aller, also, ja, all G2-Empfänger haben mal so eine Sperre bekommen. Und meistens sind die Sperren auch eh noch immer rechtswidrig. Also, die Sozialgerichte, die sind ja überflutet mit Fällen. Das kommt noch hinzu, die Sozialgerichte sind völlig überlastet, ähm, äh, wie war das in Berlin, haben sie, äh, war der ganz, haben sie, da mussten sie so viele neue Sozialrichter einstellen, um das loszuwerden, da haben die teilweise das Archiv leerräumen müssen und irgendwo in alte Bunker verbringen müssen, äh, also so Bunkeranlagen drumherum, weil im Archiv dann, also im Keller sozusagen neue Büros geschaffen wurden für Richter. Ja, ja, also völlig wahnsinnig, muss, also, äh, dass man da generell... Die ganzen Folgenkosten von Hartz IV, man, die sind ja exorbitant. Ja, ja, das ist auch... Also, was Rattenschwanzartig dahinter kam. Der jetzige, der jetzige Arbeitslosengeld II Bescheid, äh, beziehungsweise der vor, vor zwei Jahren, als ich Praktikum gemacht hab in der, in der ARGE, äh, der hatte zwischen 14 und 18 Seiten. Mhm. Ich kenn das, ich hab's schon mal gesehen, das sind Tabellen über Tabellen, äh, die keine Sau versteht. Und das ist der Bescheid, den musst du ja alle paar Monate neu beantragen, dann kriegst du auch mal wieder einen neuen Bescheid und dann musst du halt immer wieder... Und es gibt auch regelmäßig Änderungsbescheide. Ja, und du musst halt immer wieder kontrollieren, ob die da auch keinen Scheiß gebaut haben und erst mal, da musst du auch mal durchsteigen können erstmal. Ich hab's, das ist grausam. Ja, das ist halt Beamtendeutsch, das ist nicht einfach. Und, äh, wohin ging der Sozialhilfe Bescheid früher? Das waren zwei Seiten. Also, mein BAföG-Bescheid ist in einer Seite. Das ist eine Tabelle, wo ich drin dritt, so viel krieg ich, das ist, weil, und dann wirst du mir abgezogen, weil... Ja, es geht, es geht halt auch einfacher. Das, äh, will ich damit sagen und da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Das liegt jetzt vor, also, wobei man noch zu sagen muss, zu dem konkreten Normenkontrollverfahren, das ist, ähm, hat sehr hohe Hürden, ähm, einfach deshalb, weil Gerichte vorliegen, sagt das Bundesverfassungsgericht, es, ihr müsst, äh, sehr deutlich machen, warum ihr das, äh, also du, Gericht, warum du das für... Nicht, dass es so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Massentourism... Ja, genau, so eine, so eine Verfassung... Warum du meinst, dass es verfassungswidrig ist, das musst du ziemlich genau belegen und du musst mir auch, du musst mir auch deutlich machen, warum das überhaupt entscheidungserheblich ist, in diesem konkreten Fall. Genau. Ne, kann natürlich sein, äh, der, ach was wie, hier, äh, Norm, äh, 23, äh, Paragraph 23, äh, ja, äh, Paragraph 24, äh, den finde ich ja verfassungswidrig, den lege ich jetzt mal vor, ist natürlich in dieser Sache überhaupt nicht erscheinungserheblich, weil, äh, Paragraph 23 einschlägig ist, naja, und, äh, so weiter und, äh, so fort, ich hoffe, man konnte mir ein wenig folgen, wir warten jetzt gespannt. Also ich bin auch, ich verstehe auch nicht, wieso man das zum Beispiel nicht trennt, einfach zwischen den Leuten, die dir dafür zuständig sind, äh, dein Geld, dein, für die Leute so, und die dir ja versuchen, nichts zu vermitteln. Weil das sind ein, das ist meist eine und dieselbe Person, Fallmanager, und die neigen dazu, halt irgendwie auch so ein bisschen so den, so das kaiser, äh, römische, kaiserische Daumen-runterspiel zu machen. Also das, was man hört, was man liest, ähm, man muss ja irgendein Sozialforum betoben, dann liest man halt Geschichten und denkst so, hat man etwa die Nazis ausgegraben und sie in Argen eingestellt? Ja, das ist, äh, das hat aber auch damit zu tun, dass die, äh, auch einfach unterbesetzt sind. Natürlich, ja, ja, klar. Es ist einfach... Und, ähm, und natürlich auch einen Druck, äh, teilweise von oben kriegen, weil die Kommunen das ja leisten müssen, äh, ja, auch nicht so viel Geld vorhanden ist, dass da einfach gesagt wird, Alter, äh, seht zu, dass die Leute irgendwie in Arbeit steckt, egal in welche, und seht zu, dass ihr die rauskriegt, ansonsten müssen hier leider Stellen, äh, gestrichen werden, weil wir zu viel Geld für Alge zuhause geben müssen. Äh, sowas... Das ist auch verfehlt, wieso das die Kommunen zahlen sollen. Sowas passiert natürlich... So ist ein albernes Ding. Sozialhilfe... Ja, die können es ruhig bezahlen, wenn die Kommunen gut ausgestattet werden, dann ist das kein Problem. Also, naja, gut. Äh, ist vielleicht sogar besser, weil du dann individuell auf die Leute eingehen kannst und so... Ja, also ich, also ich persönlich bin auch, ich bin auf dem Modell zufrieden, wenn sie sagt, das Finanzamt macht das, eine negative Einkommenssteuer. Kleiner, äh... Das aber... Ja, kann man, also das ist jetzt, jetzt geht's hier richtig rund. Ähm, also ich, ich warte, also ich, ich glaube, das wird wieder gekillt. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht findet das Bundesverfassungsgericht einen Weg, sich um die Entscheidung herum zu schawenzeln, das machen die nämlich mal ganz gerne. Wollen sie nicht? Weshalb? Na, es ist halt, also erstens ist Arbeitsüberlastung, wie du gerade schon sagtest mit hier, ne, dass das genau begründet werden muss. Dass du halt nicht einfach sagen kannst, na, ich bin mir grad unsicher, ob das überhaupt verfassungsgemäß ist, hier, guck mal drüber, so, deshalb musst du es genau begründen. Und auf der anderen Seite, äh... Aber die Begründung macht das das Gericht, der Richter jeweilig. Der meint, es sei verfassungsgericht, ja, von dem Gericht, das vorliegt. Genau. Genau, der muss das machen vorher. Sonst könnte der Richter, der jetzt sagt, na, ob das so stimmt, hm, hier, mach mal erst mal, ich schieb das mal nach draußen, so, das soll halt verhindert werden. Richtig. Ähm, und auf der anderen Seite musst du natürlich sehen, wer ist denn Verfassungsgerichter? Die werden von den Parteien vorgeschlagen. Ja. So. Und das sind halt auch Parteisoldaten. Manchmal. Zumindest die allermeisten. Ja. Und, äh, nun mag das der ein oder andere oder vielleicht auch alle Verfassungsrichter mögen das nicht gerne hören, aber, äh, die betreiben da Politik. Ja. Ja, also der, Herr Voskuhle macht das gerade ein bisschen offensichtlich, vielleicht zu offensichtlich, Politik machen. Der tingelt ja durch die Parteien und so. Na, nicht nur das, nein, das meine ich gar nicht, sondern jedes Urteil, das gesprochen wird, ist natürlich Politik. Das ist Politik, ja klar. Weil das ändert im Zweifel. Recht und Gesetz. Zumindest die Rechtsprechung, ja. Und es kann auch einfach mal, äh, Gesetze ganz, äh, rausstreichen. Aber naja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Es gibt noch, es gibt jetzt noch einen kleinen, ähm, kleinen Hinweis hier noch von einem Hausjuristen aus dem Chat. Ähm, das Sozialgericht Berlin, also Sozialgerichte sind in Kammern aufgeteilt. Früher waren das alle Gerichte, Amtsgerichte mittlerweile nicht mehr, ähm, zum Beispiel gibt's, äh, am Landgericht sowas wie, äh, die Kammer für Handelssachen und so. Es ist halt so quasi ein Thema aufgebracht. Sozial, und genau, und sozial, äh, einfach um die Spezialrichter zu haben, die auf diese Materie eingestellt sind. Genau, und so, naja, nicht unbedingt das, ich meine, die arbeiten sich dann irgendwann das Thema ein. Ja, klar. Aber, dass du halt nicht immer von, was weiß ich, jetzt Handelssachen zu, äh, Landwirtschafts... Wobei das gar nicht so schlecht wäre. ...springen muss. Na, nee, dann... Weil, 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 weil ein Richter dann vielleicht dann, also, wenn ein Richter jahrelang das ein und dasselbe macht, dass er vielleicht dann eine... Ja, aber du wirst halt spezialisiert dadurch, ne? Ja, klar. Dadurch hast du halt einfach mehr Ahnung. Vielleicht, aber dann auch vielleicht neigst du dazu, äh, abzuschalten, so schottend dich zu mal einen Tunnelblick zu bekommen. Ja, aber ich meine, du musst ja, du musst ja generell Fortbildung wahrnehmen. Du bist ja, äh, in einem Beamtin-ähnlichen Verhältnis, jetzt darf man nicht sagen, Richter wären Beamten, da sind die immer ganz beleidigt, weil es ist ja nicht weisungsgebunden. Ähm, aber, naja, okay, Beamte übrigens, Richter sind Beamte, äh, also Beamten-ähnlich, also sind keine Beamte und ich hab vorhin gesagt, sind keine Beamten, das ist natürlich völlig falscher Deutsch. Und, das, ähm, Sozialgericht, in den Sozialgerichten ist es dann wahrscheinlich auch aufgeteilt nach, kommt drauf an, was da gerade gemacht wird, äh, also, ne? Du machst irgendwie Arbeitslosenkram und du machst irgendwie ein bisschen, äh, Rentenkram und keine Ahnung was. Und dann wird das wahrscheinlich einfach nach Alphabet irgendwie so, Name, Nachname A bis G geht dahin und ich weiß nicht. Irgendwie so, auf jeden Fall gibt es da 210 Kammern am, äh, Sozialgericht Berlin. What the fuck? 2-100-10. So. Natürlich gibt es, natürlich gibt es immer, natürlich gibt es immer auch. Ich hab, ich dachte, ich hab, da, meint die Gerichte da nur ein oder zwei Kammern oder so? Ne, 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 nein, das sind schon, das sind schon ein paar mehr. Ach so. So ist es nicht, ja, also, wenn du so ein Standard-Landgericht hast, keine Ahnung, von kleiner bis mittlerer Größe, wenn du 20 oder so. Ja, aber so, genau sowas hab ich schon gedacht, aber 210? Ja, es ist halt viel. Ich mein, das ist natürlich Berlin, klar, aber trotzdem. Es gibt, im Jahr 2010 gab es beim Sozialgericht Berlin fast 44.000, ein paar weniger als 44.000 Klageeingänge, davon waren fast 32.000 Klagen im Hartz-IV-Bereich. Ach du Scheiße. So, man kann also deutlich sehen, was hier die Arbeit verursacht an den Sozialgerichten. Gut. Das war's dann eigentlich auch schon zu meinem Monster-Thema. Und dann kommen wir jetzt doch nochmal zum Schluss. Es sei denn, du willst noch irgendwie was sagen. Nö, eigentlich nicht, also es wird eine Reform geben. Und ich weiß nicht, eigentlich möchte ich noch einmal eins hören, aus welchem Grund du meinst, die machen, die umgängeln das, weil sie Angst haben, da eine Politik zu machen oder wie, verstehe ich jetzt nicht, hab ich nicht ganz richtig verstanden. Ja, also es gibt halt, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel leider ein, wie das so immer ist, wenn man gerade eins bräuchte, aber es gibt halt einfach umstrittene und auch politisch Scheiße-Themen, die dann gar nicht mehr besprochen werden. Man sieht das immer, es wird auch grundsätzlich das Urteil so schnell gefällt, wie man kann und andere strittige Rechtsfragen auch nur, die natürlich auch wieder politische Fragen sind, klar. Ziehen sich mal mal Jahre. Nee, nee, die werden dann nicht mehr behandelt. Also sozusagen, du hast jetzt irgendwie ein Problem, eine Verzeihung, so ein Rechtsproblem, ja, da sind zwei juristische Fragen sind da ungeklärt, ja. Da gibt's Problem A, da gibt's Meinung 1, 2, 3, da gibt's Problem C, Problem B, da wird irgendwie Meinung 1, 2, 3, 4, 5 vertreten, so. Und Meinung B, das ist irgendwas, meinetwegen geht's da um Gendiagnostik oder so einen Scheiß, ist irgendwie hoch umstritten, es geht nur um irgendwie komische Religion und Philosophie und sonst was, Quatsch, Scheiße, total umstritten und keiner, und keiner, ne, da machst du dir einfach, du verbrennst dir einfach immer die Finger, wenn du irgendwas anfasst. Dann wird einfach gesagt, ja, hier, hallo, liebe Leute, aber Problem A, muss man jetzt so lösen, ja, dadurch ist das, was du willst, gar nicht mehr realisierbar, weil wir haben jetzt Meinung 3 gewählt, du hättest, wenn wir Meinung 1 oder 2 gefolgt wären, hättest du den Anspruch, meinetwegen, erfüllt, ja, aber wir haben jetzt, wir folgen jetzt Meinung 3, äh, Chris, hast halt jetzt keinen Anspruch und übrigens hier, dieser Streit, der da noch offen wäre, der ist gar nicht mehr zu entscheiden, weil der ist ja völlig, ist ja für deinen Fall nicht interessant, ne, tschüss, so macht man das, ähm, und das gibt's nicht ganz oft und nicht nur beim Bundesverfassungsgericht, auch beim, das gibt's auch beim, äh, beim Bundesarbeitsgericht, das machen alle, alle obersten Bundesgerichte so, äh, also der BGH noch, der Bundesfinanzhof, der, äh, hier, Bundesverwaltungsdings und so. Das war's eigentlich auch schon, aber soziales Arbeit, Finanz, äh, Verwaltung und allgemein, das ist der Bundesgerichtshof. Ja. Ich hab aufgepasst. Ja, so ist das wohl. Ähm, ja, aber gibt's da eine Lösung dafür, wie das Problem, für das Dilemma? Für welches? Dass sich Angst haben vor Finger verbrennen? Nö. Okay. Du könntest höchstens ins Gesetz schreiben, äh, ihr müsst immer alle, alle, äh, äh, rechtlichen Fragen gelöst haben, aber was, was bringt dir das? Nix. Als Staat? Du musst halt, äh, fünfmal so viele Richter anstellen, weil, ne, wenn, wenn, wenn jetzt, stell dir mal vor, du kriegst jetzt eine, das erste, was du machst, ja, als, als Verwaltungsrichter zum Beispiel, du bekommst eine Akte auf den Tisch, dann guckst du rein, bist du überhaupt zuständig? Ja. Wenn du nicht zuständig bist, weg damit, so, weil, du musst halt deine Arbeit halt fertig kriegen, irgendwie. Und, ähm, wenn du zuständig bist, guckst du, naja, sind die anderen Zulässigkeitsvoraussetzungen überhaupt der Klage erfüllt, das heißt, hast du die Klage ordnungsgemäß eingereicht, beispielsweise. Ist das Formular richtig ausgefüllt? Ja, ist das Formular, aber, ne, schriftlich oder halt mündlich zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle, so, oder hast du überhaupt Rechtsschutzbedürfnis? Äh, keine Ahnung, äh, ist da irgendeine Frist abgelaufen, die Klagefrist, ja, äh, bist du überhaupt möglicherweise in einem deiner Rechte verletzt, ja, Klagebefugnisse nennt man das dann? Weil du kannst halt nicht einfach irgendwie klagen, du musst schon halbwegs irgendwas mit zu tun haben. Ja, klar. Also, irgendwie 500 Meter weiter jemand ein Haus baut und sagt, ii, das ist aber hier meinem, äh, künstlerischen Empfinden, äh, ist das aber nicht zuträglich, da klage ich mal, das geht natürlich nicht. So. Sei denn, der, äh, verbrennt da jetzt irgendwie Plastik und, äh, dein Haus wird schwarz und deine Lunge auch oder so, dann kannst du sicherlich schon dagegen vorgehen, aber so, weil da einfach nur irgendjemand irgendwo ein Haus baut, das geht nicht. Und deshalb sagst du, naja, irgendeine Zulässigkeitsvoraussetzung nicht erfüllt, zack, unzulässig, weg, ab, nach Hause. So. Man muss das halt einfach, ähm, schnell entscheiden. Auch natürlich im, äh, ja, wie nennt man das hier? Weil man natürlich auch eine effektive, äh, Rechtspflege haben möchte. Ich finde das albern effektiv, so. Oder eine effiziente Rechts, es soll halt, es soll halt schnell gehen, weißt du, wenn du, wenn du eine Klage vor Gericht bringst, hast du halt auch keinen Bock, dass du ein Jahr warten musst, bis es verhandelt wird. Klar. Aber ist da nicht die Lösung, einfach mehr Richter einzustellen, mehr Kapazitäten, mehr Geld den Richtern zu geben? Ich meine, das muss passieren, aber wenn du halt sowas sagst wie, naja, jede Rechtsfrage muss irgendwie gelöst werden, was irgendwie der Ausweg aus dem, wie du sagst, Dilemma ist, ich halte es gar nicht für ein Dilemma, das ist halt einfach so ein grundsätzliches Problem. Äh, man kann sich sicherlich dafür entscheiden, äh, das irgendwie in Gesetz zu schreiben, aber da muss man halt auch damit leben, dass man sich das fünffach an Richtern anstellen muss und wahrscheinlich immer noch nicht damit hinterherkommt. Ja, aber ich verstehe auch nicht, wieso, das Bundesverfassungsgericht klagt ja gerade ein bisschen drüber, dass sie überlastet sind. Yo, das ist wohl richtig. Wie groß ist das Budget vom Bundesverfassungsgericht? Keine Ahnung, das ist nicht groß. Verdoppelt den Scheiß. Das sind ja nur so ein paar Richter, ja klar, kann man sicher machen. Ähm, stellt, macht eine dritte Kammer im Bundesverfassungsgericht auf. Aber ich glaube, höchstens scheitert am Ego mancher Richter, glaube ich, am Zweifel immer noch. Weil, weil ich hab bisher vom Froskule nicht gehört, gibt uns eine dritte Kammer, sondern sorgt dafür, dass die ganzen Spinner nicht mehr rankommen. Ja, ich weiß auch nicht, warum der das macht. Also, ich kann mir vorstellen, aber das ist halt auch nur so eine schrullige Vermutung meinerseits. Ich kann mir vorstellen, dass der einfach Angst hat, dass wenn mehr Richter eingestellt werden und ein dritter Senat geformt wird, dass dann gesagt wird, ich sag immer Kammer, sonst heißt es Senat, danke. Ja, das ist aber völlig egal. Ähm, ein dritter Senat aufgebaut wird oder man das irgendwie ganz anders umstrukturiert in Kammern oder sonst wie, das ist ja völlig, völlig rumpe, wie du das machst, dass dann gesagt wird, naja, aber dann gibt's halt nicht 50% mehr Kohle fürs Bundesverfassungsgericht, ja, weil es kommen halt auch einfach 50% mehr Richter dahin, sondern dann wird da halt irgendwie an dieser einen oder anderen Ecke noch ein bisschen gespart und deshalb kann sein, dass er davor Angst hat, obwohl ich nicht glaube, dass der einfach nur so billig tickt. Ich hab keine Ahnung, was in dem vorgeht, man kann das so oder so lösen, ich bin für so. Ja. Hat auch mal irgendjemand gesagt. Ja, aber ich weiß nicht, also einfach verdoppelt das Scheiß. Bundesverfassungsgerichtsetat? Ja. Na, was schätzt du? Ich krieg die Nachricht hier gerade in den Chat gepolt. 30 Millionen? 23. Das ist ein feuchter Furz. Haha, mach daraus 200, scheiße, ist doch egal. Das ist, das ist, Verfassungsrecht ist, das ist, das betrifft, auch wenn's irgendwie für alle sehr viel abstrakt wirkt, was das Bundesverfassungsgericht macht. Das ist, ähm, jemand hat so geschrieben, das ist auch ein Bürgergericht. Im Zweifel kann sich das anders an dich wenden. Im Zweifel kannst du es in deiner Schreibmaschine gehackt haben oder in deiner Handschrift. Es wird dich prüfen, es wird dich anhören im Zweifel, es wird dich in deinem Fall bearbeiten und gucken, das ist was, das Gericht ist lebensnotwendig für uns. Kleinere Etats haben nur der Bundespräsident, äh, äh, das Bundespräsidenten, das können wir komplett abschaffen. Nimm das Geld vom Bundespräsidenten. Das ist aber kein kleinerer Etat, wie ich hier gerade sage, aber der Bundesrat zum Beispiel 21 Millionen. Ja, aber das ist doch Verwaltungskram nur. Bundesrat? Ja, du druckst ja ganz die Papiere. Was ist denn der Bundesrat? Das musst du mir jetzt mal, was ist denn der Bundesrat überhaupt? Der Bundesrat ist, äh, die Länderkammer. Ja, das ist ein Legislativorgan, mein Lieber, das ist keine Verwaltung. Ja, aber die machen doch nichts mehr als Papier drucken und sich dreimal im Jahr treffen. Ja, aber die stimmen doch ab. Ja, das könnten die auch per Telefon machen. Das ist aber keine Verwaltung, da musst du unterscheiden, ja, die Verwaltung ist Teil der Exekutive, ja? Ja, aber... Politikunterricht, ja? Nein, aber ich will so sagen, ne, deshalb, also das... Vier minus. Ähm, nein, aber ich sag, verdoppelt das, oder verdreifach, verfünffach, verzehnfach das Budget vom Bundesverfassungsgericht. Sie haben's nötig. Ja. Da kann man echt mal ein paar mehr Richter reinpacken. Gut, äh, lassen wir jetzt mal richtig Jura wieder beiseite und wenden wir uns doch mal freudigeren Themen des Lebens zu. Es gab da so ne Sache mit Trollen und... Ach ja! Ponys. Ach ja. Und Fefe. Wie der Troller zum Getrollten wird. Ja. Oder mein little Fefe. Ich hab den Titel im Kopf, dann hau mal rein. Ja, und zwar, äh, das ist ein Theaterstück in vier Akten. Ja. Äh, und der erste Akt war, dass Fefe gestern einen Rand, einen gemeinen Rand, wie man im Deutschen sagen würde. Ja, ist auch schön. Äh, ja, gemein heißt aber nur, nicht gemein im Sinne von gemein, sondern fies, sondern halt... Allgemein. Genau, ja. Deswegen heißt es auch die gemeine Fies-Michtod-Pflanze. Ja. Obwohl die gar nicht gemein ist. Sondern freundlich. Das hast du selber richtig erkannt. Ja. Äh, ich bin gut. Äh. Alte deutsche, äh, Altwortpflege. Ja. Hier im Anycast, dem Jura-Bahn... Heimat-Podcast. Und Heimat-Podcast. Ja. Heimat-Jura-Bahn-Podcast. Heimat ist ja auch ganz wichtig. Ja. Gut. Fefe. Ja, genau. Und der hat einen Rand geschrieben. Der hat erst angefangen, sich über die Mode der 70er, 80er und 90er Jahre rauszulassen. Weil Fefe der große Mode-Blog heißt. Natürlich. Ja. Jeder, der ein Bild von ihm gesehen hat, weiß, dass er stets modisch gekleidet. Im stilvollen, äh, Dings da, ja. Es gibt da irgendein, irgendein Bild, hab ich manchmal gesehen, aus den 90ern mit irgendeinem bescheuerten weißen T-Shirt, äh, wo er, ach, was war denn, ich, ne, ich, ich, ich nehm es zurück, weil ich, mir fällt gerade nicht ein, das hatte irgendeinen bekloppten Aufdruck. Das war irgendwie völlig unlustig und sah auch noch so dermaßen bekloppt aus. Auf jeden Fall, er hat sich über, er hat erst angefangen so über Mode, er hat noch nie verstanden, welche Trends die Leute hinterherlaufen. Total, weil er Ahnung hat davon, ähm, wie immer vom meisten. Ja. Er ist auch der Beste der Besten vermutlich, der König der Besten der Besten. Ja. Und, ähm, dann hat er... Ich lese übrigens seinen Blog sehr gerne, möchte ich mal, äh. Natürlich, äh, das ist ja, gehört dazu. Informationsquellen sammeln. Oh, ich lese ja, Fefe auch nur wegen den Titten. Okay, mach mal weiter, ich muss zum Ende, ich will ins Bett. Ähm, auf jeden Fall, herzlich ausgerissen, dann kam der letzte, oder der vorletzte Absatz, ja, und er verstehe nicht, was das mit diesem Pony-Avataren auf sich hat. Kommen wir zum zweiten Akt. Twitter entdeckt den Post und legt erstmal den Fefe-Server-Namen. Durch Empörung. Ähm, also es war hier kein, äh, DDoS-Angriff, sondern es war, hier ist, wow, das muss ich jetzt echt mal sehen. Richtig, ähm, Twitter hat sich empört. Mhm. Das ist Akt 2. Ja. Da gibt's viele Beiträge, sehr schöne Beiträge auf Twitter. Äh, guckt einfach Fefe. Ich find das Bild übrigens jetzt gar nicht, aber... Es gibt aber noch ein schönes, wo er eine lange Mähne hat, aber das, äh, ist auch nicht besonders gut. Ähm, Akt 3 war, dass, äh, es gibt auf Twitter den Account Fefe's Blog. Der Twitter hat einfach nur die neuesten Artikel. Jo. Äh, der wird von jemandem privat betrieben, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, er fängt mit S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- Ich hab sie nicht offen, ich würde sie gerne vorlesen. Ich hab sie verlinkt. Er schreibt doch ein bisschen, dass er ja, er verkönne ja über ihn werden ja üble Nachrede ausgekippt. Schweinehälftenwitze. Gibt es Fefe-Schweinehälfte-Witze? Wäre mir nicht bekannt. Okay. Auf jeden Fall hat es ja ganz klark ausgeklagt und der Besitzer soll diesen Account rausrücken, weil es gehe gar nicht, dass da ein Pony auf Handtau geladen wird. Das ist natürlich witzig, aber im Prinzip kann man da gar nicht Sinnvolles drüber sagen. Nee, also es zeigt einfach nur, dass der Herr, Herr Fefe, einfach noch in Newsnetzeiten hängen gebliebt. Er hat nichts mehr verstanden. Das ist ein alter, verbitterter Mann. Ob man das jetzt aus seinen Pony-Sachen herauslesen kann, wage ich nochmal zu bezweifeln. Weil er Kultur nicht versteht. Er versteht nicht diesen Kulturwandel im Netz. Im Prinzip hast du gar nicht Unrecht. Im Prinzip ist das ja schon sowas wie ich setze mich so wie der Amerikaner mit meiner, so wie der alte Amerikaner meinen Schaukelstuhl und meiner Flinte auf so die Veranda, genau. Und meckere, dass da die Jungen da draußen nur Scheiße bauen, weil sie fahren jetzt auf die Fahrräte. Jede Generation sagt so, die Jugend war ist ja irgendwie so doof und verrodet und so ein Scheiß. Jede Jugend. Verroht. Verrodet. Roden macht man aber mit so Pflanzen. Die zieht man aus dem Boden. Mann. Ach, waren wir doch gerade noch der Heimat-Podcast. Unglaublich. Auf jeden Fall schon wieder halb neun. Mensch. Ich muss nur kurz erwähnen, dass du diese Pony-Sache auf sich hast. Es gibt seit es gibt schon seit Jahrzehnten My Little Pony. Ja. Das ist so eine Kinderserie mit so Figürchen und so und es gibt eine Neuauflage der Serie. War das nicht erstmal einfach nur so eine Puppen-Dings? Ja, ja, genau. Und daraus ist eine TV-Serie entstanden. Jetzt gibt es die vierte Serie mittlerweile. Mein Little Pony Friendship is Magic. Ja. Und daraus hat sich so ein bisschen über 4chan so ein bisschen Internetkultur gebildet. Das hat sich sehr verbreitet. Auch in der deutschen Politik sind die Ponys angekommen. Die Geschäftsordnung der Piraten am Parteitag ist in der Pony-Time vor. Das heißt, auf Beschluss des Parteitag wird eine Folge eingespielt für fünf Minuten, um den Saal zu beruhigen. Also es ist so ein bisschen Internet-Sozio-Netzkultur halt, dieses Pony-Scheiße. Ja. Und es gehört einfach, es ist halt so die Identität des Netzes, dieser abstrakten Netzgemeinde, dieses dieses Völkchen. Es ist Folklore. Ja. Und das hat Fefe nicht verstanden und er ist mit Anlauf reingetreten in die Scheiße. Kann man so sehen. Ja. Kann man und das In-Love-Pfefe. Damit haben wir das Theater-Schlück abgeschlossen. Ja, das war jetzt quasi die, ne, weiß ja. Richtig. Und so. Ja, dann haben wir nur noch so, so, so klein, ach hier, was wir noch, es gibt natürlich noch den, den Pony-Time-Podcast. Ja, genau. selbstsorientiertes Podcaster-Pack. Das ist ein geiler Podcast, die wir sprechen. Über das System habe ich noch nie gehört, der, der Mapp, der Martin Pitterner. Die besprechen die Folgen Einzelnen. Ach so, okay. Also es geht, also ein Teil besteht davon, ganz cool eigentlich, kann man sich reinhören, ähm, gute Nummer. Kommen wir zu den Reichsdeutschen, oder? Was, wie, welche Reichsdeutschen? Ach so, ja, ja, in der Tat, aber ich wollte noch vorher, ja, also, jetzt kommen nur noch die Kleinigkeiten, ihr könnt auch, wenn ihr kein Wort mehr habt, schon gehen, aber, die erste Kleinigkeit müsst ihr noch anhören, ja, denn, ähm, es gibt ja noch mehr Podcasts, ja, wo wir jetzt gerade schon Pony-Time hatten. Ach ja. Stimmt. Und zwar gibt es aus Göttingen auch noch einen Podcast, der anscheinend ziemlich, äh, noch nicht so sehr, ähm, bekannt ist, wie er bekannt sein müsste, und das ist sogar ein Podcast, der richtig auch auf UKW teilweise funkt, ja. Im Stadtradio? Im Stadtradio Göttingen ist das tatsächlich, ähm, einmal im Monat, glaube ich, der Fall. Ob wir vielleicht da einen Sendeplatz bekommen würden? Wollen wir das überhaupt? Ist so die Frage. Da müssen wir ja wirklich pünktlich sein. Hier können wir immer noch auf Twitter schreiben, äh, hier übrigens, ne, heute Stunde später, und im Zweifel freut sich, äh, jemand drüber, ja, weil er noch Sport machen kann oder so. Ja, man zeichnet vorher einfach auf. Alles schon mal passiert sein. Was? Am Ende senden wir, lassen wir aufgezeichnet eine Sendung laufen. Ach, wir sind hier doch nicht, also so, also das ist ja, der Podcast, wo waren wir, da waren wir, der Podcast heißt, wie, Dennis, hat wieder nicht aufgepasst, genau, ja, na, warte, 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 keine Ahnung. Unter der Lupe? Unter der Lupe. Ich wusste es, ich hatte es an Lupe, aber das kann nicht sein. Ein Blick auf Politik und Gesellschaft und er ist vom Göttinger Institut für Demokratieforschung. Also von dem Großen. Franz Walter. Also seine, seine hier, Truppe. Genau, seine Truppe. Also dem Demokratieforscher. Ein bisschen rum, genau, und es ist, in der Selbstbeschreibung heißt es, seine Radiosendung und, also die nennen sich irgendwie, nicht so wie ich Podcast, sondern so wie ich Radiosendung und man muss auch so sagen, also seit November wird, 2010, ja, eine einstündige Sendung, wird in den Studios hier im Stadtradio Göttingen produziert und es gibt dann monatlich in vier Städten, wird das dann ausgestrahlt, Göttingen, Braunschweig, Marburg und Hildesheim. Weitere Städte sind in Planung, aber es gibt es auch als Podcast, auch im iTunes. Zum Zeitsouverän hören. Genau, im iTunes Directory nachzuhören. Schöne Grüße an das iTunes-Thema an der Stelle. Herunterzuladen, ja, also im iTunes Podcast Directory heißt es ja richtig. Wollen wir auch mal immer schön bei den Fakten bleiben. Korrekt sein, ja. Fakten, Fakten, Fakten. Genau. Und, würde der fette Margot sagen. Ja, das fette Arschloch vom Fokus sagte mal ein, wir haben mal, wir haben mal, irgendwann lief da, lief DFB-Pokal, als wir bei einem Kumpel waren und da war, und sein Vater, ein ehemaliger Lehrer von mir und dann saß man irgendwie da kurz noch, oder stand noch im Wohnzimmer, da war der Fernseher an und dann hat Bayern München gegenüber gespielt. Dieser Marburg ist ja Bayern-Fan und war dann da auf der Ehrentribüne und dann sagte dieser ehemalige Lehrer Grüße an dieser Stelle, falls er oder seinen Sohn oder sonst wer zuhört, was macht denn das fette Arschloch vom Fokus da? Oder das fette Schwein? Ich weiß gar nicht mehr. Also dem heißt der Margot, nur noch bei mir, nur noch fettes Schwein vom Fokus. Also. Von Locus. Genau. Also unter der Lupe, ein Blick auf Politik und Gesellschaft und die nennen sich Radiosendung und da wollte ich anfügen, zu Recht, denn das ist jetzt nicht so wie wir, so zwei Nulpen, die sich irgendwie mal hinsetzen, am Tag vorher ins Pet kacken, worüber man denn sprechen könnte und sich dann während der Sendung aus den Fingern saugen, was man macht, sondern es sind wie ich vorbereitete Texte, die da teilweise verarbeitet werden. Es gibt Interviews, es wird, so klingt, ist für mich zwischendurch Musik gespielt. Die ist im Podcast dann rausgeschnitten, wahrscheinlich aus Lizenzgründen. Ja, weil 90, 60 Minuten lang im Radio nur Text ist auch immer blöd ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Also es fallen dann so um die 42 Minuten ab, so quasi wie so eine Stunde gutes amerikanisches Fernsehen und das ist ein sehr strukturiertes und sehr formatiertes, wie nennt man das, eine formatierte Sendung. Da gibt es dann verschiedene Rubriken, die tauchen dann teilweise auch immer wieder auf und mal wieder nicht. Die Texte sind eher Beiträge und werden auch richtig vorgelesen. Nun ist es ja nicht so, dass jeder so ein toller Sprecher ist. Das ist auch, das klingt nicht immer alles super, also dem Vortrag jetzt her, aber es ist einfach die Themenauswahl und das, was da besprochen wird und die Art und Weise, wie es vorgetragen wird, ist erstens hochinteressant, zweitens auch, finde ich, niedrigschwellig. Man kann einfach mal einschalten und einfach mal hören, auch wenn man keine große Vorkenntnisse hat von den Themen. Das wird immerhin fürs Radio produziert, da kannst du ja keinen Fachscheiß machen. Genau, um die es geht und das ist wirklich interessant. Also das kann man einfach nicht anders sagen. Was ist das Themenspektrum? Ja, hier, wie es so schön heißt, ein Blick auf Politik und Gesellschaft. Also jetzt zum Beispiel die letzte Folge, die vorletzte Folge, weiß ich gar nicht, ging es um den Bundespräsidenten. Da wird einfach, weil aktueller Bezug, da wurde dann mal drüber gesprochen, was ist der Bundespräsident überhaupt, braucht so ein Amt, woher kommt das, was hat der überhaupt für Befugnisse und so weiter und so fort. Es gibt aber, was mir ein bisschen aufgeschlossen ist, es haben die irgendwie so einen Hang zum Jingle-Porn. Also es werden jede Menge Jingle abgespielt. Ich glaube, das ist in Göttingen keine Krankheit, oder? Was meinst du damit jetzt genau? Erzähl ich dir später. Ja. Nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich finde Jingles ja an sich gar nicht schlecht und auch bei anderen Audio-Produktionen, die so aus Göttingen kommen, mit Jingles, ist ja auch ganz schön. Aber hier ist es, die finde ich auch so ein bisschen so ein bisschen unpassend. Es klingt also ein bisschen steif. Es ist halt schön auf Radio gemacht, so ein bisschen. Formatradio nennt man das, glaube ich, oder? Ja, könnte man eventuell so nennen. Naja, es gibt am Anfang, das ist aber auch nur so eine persönliche Abneigung von mir, wird erstmal über so ein Musikbrett, äh, äh, Musikbrett, Musikbett drüber gesprochen. Und nicht so, nicht so wie wir das machen, so, äh, kurz was sagen und dann wieder lauter machen, so, ne? Sondern, es kommt so ein Dummdi-Dumdi-Dumdi-Sound und der läuft erstmal so eine Minute mit und dann wird erstmal in die Sendung eingeleitet und dann kommt halt der erste Beitrag. Das finde ich immer so ein bisschen, das gefällt mir nicht, aber das ist ein persönlicher Geschmack. Es ist natürlich viel geschnitten, weil das ist halt wirklich fürs Radio gemacht, ja? Gerade die, die Interviews werden, äh, da zurechtgeschnitten, die werden auch aufgeteilt, dann heißt es, und gleich geht es weiter mit, äh, Franz Walter und seinem, äh, Blick auf den Furz von Joachim Gauck oder so. Ähm, ich hab das auch noch gelernt. Aber, alles in allem ist das sehr professionell gemacht, der Inhalt sowieso klasse, find ich super und, äh, was mich daran stört, das sind im Prinzip so Kleinigkeiten, das sind so persönliche Befindlichkeiten, da sollte man auf jeden Fall reinhören. Ich weiß nur nicht und das ist irgendwie das Problem, ähm, ob die auch eine anständige, äh, Adresse haben, eine Internetadresse, also es geht, man kann es erreichen, wir verlinken es auf jeden Fall, man kann es erreichen, erreichen unter demokratie-göttingen.de slash Publikationen slash Radio slash unter minus der minus Lupe. Da kriegt man es dann irgendwie rausgespuckt, da wird auch, ist auch hier RSS-Feed, Gedönse verlinkt, ähm, findet man auch, wie gesagt, bei iTunes, wir verlinken das mal anhören und Spaß damit haben, weil das sind wirklich schöne und das sind auch, wie ich finde, äh, auch zeitlose, ähm, äh, Sachen, die da gemacht werden, zum Beispiel gibt es hier noch ein Interview mit dem Chaos Computer Club, äh, über seine Arbeit, äh, oder auch, was über die, äh, Piratenpartei, was gerade so frisch geforscht wurde sozusagen, was da, was sie da bearbeitet haben, im, äh, also, sozusagen auf der Arbeit und dann direkt weiter ins Studio getragen und, ähm, behandelt, äh, anhören, macht, macht Spaß, ist, äh, unterhaltsam und ist, und kostet nix. Und kostet nix, genau, und ist, äh, recht kurzweilig. Auch hier übrigens, äh, Lucrezia Jochim sind, äh, aber auch, äh, des öfteren Mal, äh, zu Gast. Wer ist das? Äh, die war mal, äh, also die war, nee, die war jetzt beim letzten Mal auf jeden Fall da, die war mal, na, Kandidatin, äh, für das Amt. Ach, die HR-Intendantin. Von der Linkspartei. Ja. HR-Intendantin, die war, die war, die war früher beim Rotfunk. Ah, okay. Danach wurde er zum Schwarzfunk. So. Ich höre gerade, Instacast will aber irgendwie nicht, äh, wird hier gerade im, im Chat rumgerufen. Ja, wenn Instacast das nicht findet, dann müsst ihr das leider erstmal so über iTunes runterladen, wenn ihr ein iPhone benutzt, aber, Hausaufgaben, alle. Hefte raus. Nee, alle schreiben jetzt einfach dem hier Instacast, äh, der Typen. Nimm doch mal unter den Luken auf, weil der, der pflegt halt, äh, sein eigenes, der geht zwar bei iTunes rein, aber der pflegt halt die Sachen in seine eigene Datenbank ein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das ist ja alles, äh, meinst du, der geht auf die Republika? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mal bequatschen bei der Gelegenheit. Ja, kann man sicherlich mal finden. Ja, das war, war es eigentlich schon, äh, zu diesem weiteren tollen Göttinger Podcast hören. Ähm, Flatterbar ist das Ganze anscheinend nicht, aber das ist ja auch alles irgendwie öffentlich finanziert. Ich könnte das gar nicht verbuchen. Habt Spaß damit? ich, keine Ahnung, habt auf jeden Fall Spaß damit und, ähm, hört rein. Genau, wir, äh, packen auch nochmal den Link zum Stadtradio Göttingen dazu. Ähm, da steht dann auch noch was zu unter der Lupe und ansonsten, wie gesagt, macht bei iTunes oder, äh, dann auch irgendwann bald bei Instacast, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt und dem, äh, Herren, wie heißt er denn auch noch geschrieben hat. Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig und, äh, ja, und dann sind wir schon bei den Bürgern des Deutschen Reichs. Passt ja auch so gut, ne? Ja. Demokratie Göttingen.de, Deutsches Reich, das wird ja auch Hand in Hand. Ja. Ja. Also, du, Kommissarische Reichsregierung Göttingen. Ja. Was haben deine Untertanen da jetzt wieder in Bayern gemacht? Du wirst es mir erzählen. Wieso ich? Hast du es nicht gelesen? Doch, aber ich dachte, du willst es erzählen, weil ich gerade so viel gesprochen habe und jetzt gerne... Ach so, ja, aber ich kann es übernehmen. Ich muss es leider auf dem Kopf machen, ähm, deswegen im Zweifel wirfst du mir was rein. Ähm, ich bin ja immer noch offline. Ja. Ich könnte eigentlich mein Handy anschmeißen, aber ach, das ist auch Gewurbel. Auf jeden Fall, in Bayern, bei einer Polizeikontrolle, ähm, wurde, hat der Pfarrer dem Polizisten einen Ausweis des Deutschen Reiches gegeben, der selber ausgestellt war. Kennt man diese Kommissarischen Reichsregierungen, stellen auch Ausweisdokumente aus. Ja. Ein Österreicher war es übrigens, Genau. Und, ähm... Hast du es gesagt? Ich habe gar nichts zugegeben. Nee, ich habe es nicht gesagt. Ähm, Und, ähm, ja, und auch seine Beifahrerin hatte so ein Ausweisdokument, obwohl sie es nicht sofort gezeigt hat, aber hat sie es dabei. Ähm, ganz lustig, sie mussten halt aufs Amt mitgenommen werden. Ähm, dann wurde es, glaube ich, einen Tick lustiger. Mhm. Weil dann bekam die Polizei einen Anruf von der, äh, Reichsstaatsanwaltschaft Berlin. Genau. Ähm, die, darum... Und angeblich von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Genau. darum bat, bitte das Verfahren, die freizulassen, weil das irgendwie so wäre. Na, das sind halt Reichsdeutsche, ne? Richtig. Die können ja hier einfach gefangen genommen werden. Ja. So geht's ja nicht. Ja, den, ähm, Siegel und Ausweis wurden, ähm, sie hatten scheinbar auch das passende Verstempel dabei für das Stink. Ja. wurden eingezogen. Ähm, weitere, ähm, Amtsanmaßungen oder Fälschung von Dokumenten, ich weiß nicht, was da strafbar wäre. Amtsanmaßungen, äh, Fälschung von Dokumenten, weiß ich jetzt nicht, aber Urkundenfälschung auf jeden Fall, das ist damit bei, äh, Das gibt ordentlich was. Und Amts... Nö, das gibt nicht ordentlich was. Nö? Nö, komm, ey, das sind, Alter, das sind Spinner, aber willst du jetzt in den Bauch stecken dafür jahrelang oder was? Weiß nicht. Nö, wenn überhaupt kriegen die eine kleine Geldstrafe, auf jeden Fall auch die zwei Damen, die... Willst du dir mit solchen Leuten deine Knäste zubauen oder was? Ja, kann ich mir mal direkt mal eine Handvoll anderer Verbrecher vorstellen, die immer ein paar Jahre sitzen können. Du hast recht. Ja. Natürlich habe ich recht. Das wusste, dass es mir um die Ohren geflogen kommt. Ähm, auf jeden Fall auch die zwei Damen, die sich als, äh, Generalstaatsanwältin ausgegeben haben. Ja, gerade die. Die kriegen auch noch eins. Aufs Deckel. Ja. Das ist einfach eine lustige, Geschichte. Ja. Eigentlich müsste man auch so so einen Blog aufmachen, so komische Reisregierung Göttingen und dann einfach die Leute für Vogel frei erklären und so. Es gibt's. Ja. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, ich muss das mal googeln, weil ich weiß nicht hundertprozentig... Meinst du das FAQ? Ne, das gibt's glaube ich nicht mehr, ne? Das ist schade, das war ziemlich gut. Ah ja, da ist es doch. Äh, jetzt muss ich nur noch mal schauen. Lö, 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 lö. Was? Nennt mich Reichsverkehrsminister. Gibt's Autobahnen für alle. Also es gibt die, ähm... Ja. Das gibt's tatsächlich nicht mehr. Doch. Da, 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 da gibt's auch noch. Es gibt die, ähm... Botschaft Ostfriesland. Also die Ostfriesische Botschaft. Botschaft minus Ostfriesland.de Und da kann man sich einen eigenen, äh... Ausweis? Ostfriesischen Ausweis ausdrucken. Aber sind das nicht die mit der Weißer Adler auf Weißer im Grund? Das hat ja Otto gesagt. Ja. Äh, und Ottos Eltern, äh, haben ja, waren irgendwie mit der CDU verbandelt. Ach. Wurde mir mal so komputiert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, aber was wirklich einen Einfluss hat, dass das auf das Büsenprogramm von Otto. Gar nichts. Lass mich das doch mal erzählen, Mann. Da kann man sich auf jeden Fall, wenn man mag, äh, einen viel cooleren Ausweis. Nicht so eine Reichsregierung. Scheiße drauf. Ja, da ist man Bürger. Ich guck mal kurz rüber nochmal. Bürger Ostfrieslands. Ich werde das mal, äh, schön verlinken. Ostfriesische, äh, Botschaft. Sag mal auf. Äh, ich hab den Titel wieder verrückt. Ich weiß. Ja. Verrückt. Das trifft's genau. Da. Uh. Du musst aber erst mal einen Umfragebogen zur Einbürgerung ausfüllen. Ach so, was, äh, wie viel ostfriesische Schafe sind ein Kuh oder was? So nach dem Motto? Genau so. Natürlich. Ja, ja. Und, äh, mach hier Chaos. Mein Scheiß. Mann, ganz ruhig. Bäh. Kommst gleich, äh. Halt. Wir sind gleich durch. Ähm, und zum Schluss dann noch zwei Sachen. Ähm, es gab mal, es gibt ja öfter mal so Fälle, da unterrichten, äh, Lehrer. Aus der Kategorie, ähm, Berufe von den richtigen Leuten ausgeführt, oder? Ja, äh, das kommt ja anscheinend immer mal wieder vor. Wir hatten den Piloten. Ja, da war jetzt auch schon wieder, äh, Polizisten gab's auch mal das. Genau. Lehrer gibt's aber ziemlich oft, also das ist meine Frage mir. Ähm, da war jetzt ein Lehrer, der hat, der hat jahrelang Gymnasiasten unterrichtet, der war gar kein Lehrer. Der hat zwar mal, der hat kein Abitur, der hat zwar mal studiert, hat er sich ja auch irgendwie reingefälscht in die Uni, ähm, und hat, ist glaube ich, aus der Uni geflogen, weil er, nicht weil aufgefälscht ist, dass er sich sein Abi gefälscht hat, sondern weil er auch noch bei, äh, irgendwie bei, bei Zwischenzeugnissen oder so rumgetrickst hat. Ganz komisch. Dann hat er sich da irgendwie erschimmelt, äh, ein erster Staatsexamen erschummelt und, äh, so genau kriegst du das an, auf die Reihe, auf jeden Fall ist es aufgefallen. Ja. Weil er anscheinend so schlecht unterrichtet hat. Ah. Dass, ähm, der Schulleiter mal einfach beim, äh, Landesprüfungsamt angefragt hat, wie das denn sein könne, dass der sein erstes Staatsexamen mit 1,6 oder so bestanden hätte, der wäre ja total unbrauchbar. Dann ist das alles aufgeflogen. Oh Gott. Ähm, in Süddeutschland, also später in irgendwo unten in Rheinland-Pfalz, später nochmal, ähm, dazu passend noch, äh, eine... Aber jetzt konnte ich gerade noch kurz einwerfen. Ja. Ähm, was man bei diesen Fällen immer merkt, bei diesen Leuten, der ist jetzt mal, die stellt die Ausnahme dar, aber was die Leute, die sowas machen, die sind ziemlich gut meist in ihren Berufen dann. Ja, dieser hier jetzt anscheinend nicht. Ja, das ist die große Ausnahme, aber was ich so merke ist, dass scheinbar Leute sich in so Berufe reinfälschen... Na, na gut, ne, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Nachricht, ähm, da hat jemand sich irgendwas gefälscht und hat versucht, äh... Beruftes Pornorama beispielsweise online. Und hat versucht, sich, äh, irgendeinen Job zu bekommen, so, für den er unterqualifiziert war, offensichtlich, das ist halt keine Meldung wert. Ja. Wenn da aber wirklich jemand jahrelang, äh, gearbeitet hat, dann ist es natürlich eine Meldung wert. Ja, klar. Aber ich... Das zeigt, es zeigt aber natürlich nur, das, was du meinst, also meiner Meinung nach zumindest, dass, äh... Dass man, egal, was man macht, solange man sich da einfach länger mit auseinandersetzt, dann kriegt man das irgendwie hin. Ich will's noch dazu ergänzen. Ich glaube, dass, der Typ, ähm, das, das ist ein bisschen schade, dass man Uni, dass man erstmal irgendwie, man muss so Formalitäten wie Abitur haben, sondern, dass man nicht an die Uni gehen kann, hier, ich mach ne Grundprüfung und werd dann zugelassen. Weil ich glaube, dann viel, viel mehr Leute, die viel brauchbarer wären, als das ganze Gesocks, was von den Gymnasien kommt. Ja. Aber, das wollte ich nur, da wollte ich nur meinen Gedanken reinbringen. Ja, jetzt machst du schon wieder Fässer auf, wir sind hier in den letzten Zügen, ja. Ich wollte, mein, der Gedanke ist mir dabei rumgekommen, dass ich merke nur daran, dass viele Leute, die sowas machen, die Munition, Mut, an eine andere Mut... Vielleicht sollte man so Sozialkompetenzteste tatsächlich mal durchführen, das, äh, da kann man vielleicht, ja. Dazu passend. Wie dem auch sei, dazu passend, wir sind wieder in Süddeutschland und, äh, wir sind auch in der Schule und es ist ja immer so, ähm, ich hatte das zum Beispiel mit, ähm, dem Englischbuch, ich habe ein, ich hatte damals ein neu designtes Englischbuch, äh, im Gymnasium, das hatten die Jahrgänge vor uns, hatten noch das alte, ähm, das Französischbuch hatte ich noch das alte und irgendwie zwei, drei Jahrgänge nach uns kam ein neues Schulbuch, so wie das ja immer ist, es kommen ja irgendwann einfach mal, werden die überarbeitet, neue Auflagen, äh, wie auch immer, äh, an Lehrpläne angepasst, ja. An Lehrpläne angepasst, es werden einfach Schulbücher gebraucht und natürlich kann man auch bei solchen Sachen auch mal ruhig auf Altbewährtes zurückgreifen, was, äh, Dinge, die einfach schon da sind, die geschrieben sind, über, äh, die man vielleicht auch teilweise gesprochen hat, aber jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht mehr so gerne gesprochen hat oder so, da holt man sich einfach mal wieder ein Buch aus der Schublade und da hat sich doch das Land Bayern gedacht, Mensch, machen wir doch Hitlers Mein Kampf zum Schulbuch in Bayern. Schön, oder? Da kann man nicht mal gemeinsam drüber, äh, äh, philosophieren. Am besten sollten wir die Sendung jetzt ohne Erklärung abbrechen, aber das tun wir nicht. Nee, ich darf nicht was sagen. Ja. Ähm, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ich wünsche es auch nicht. Aber aus dem Grund, dass das Bayern tut, finde ich es schlecht. Was? Naja, Bayern hat das... Achso, ja, 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 ja. Bayern hält das, hält die Urheber... Ich weiß nicht, der korrekte fachliche juristische Terminus ist wahrscheinlich nicht Urheberrechte, sondern Verwertungsrechte, so ein Scheiß. In diesem Fall ist es, glaube ich, sogar beides. Okay. Äh, weil die sind nach dem... Weil Hitlers letzter Wohnsitz war in Bayern nach, ähm, offizieller, damit sie die, seine ganzen Dinge halt, äh, an den Landfreistaat Bayern übergetreten hat. Also, der Witz ist, um das mal kurz nochmal juristisch ein bisschen aufzudröseln, der Witz ist ja, viele Leute, es wird ja immer so komportiert, dass mein Kampf sei verboten oder so. Nein. Quatsch, ist nicht verboten. Ist auch keine jugendgefährdende Schrift im engeren Sinne, der labert halt rassistischen Unsinn. Das ist geistischer Dünnpfiff. Und anscheinend, äh, wie man das, ich hab's nicht gelesen, aber anscheinend, wie man so hört, äh, widerspricht er sich auch noch im Buch permanent selbst und so weiter. Er hat's im Gefängnis geschrieben und so, es ist also... Genau, es soll auch, es soll auch wirklich, wirklich einfach schlecht sein, äh, aber es ist nicht verboten, weil man, also wie gesagt, es ist halt keine jugendgefährdende Schrift, man könnte es nicht mal irgendwie vom, vom Markt runterhalten, sodass man nur als Erwachsener rankommt oder so. Ähm, so Bücher verbieten ist auch irgendwie so, sehr gefährlich, so wirklich gar nicht möglich. Einfach nur, der Freistaat Bayern erlaubt es nicht den Druck. Aber, ähm, hier wird gerade eingeschoben, wie es nämlich hundertprozentig richtig ist von dem Hausjuristen-Jet, der weiß nämlich immer so ein Schnulli immer, ich hätte jetzt nur erklärt, warum, das ist nicht verboten, aber halt, ähm, die Rechte an dem Buch hat er, äh, einem, irgendeinem Naziverein geschenkt. Und der wurde, äh, übertragen, verkauft, irgendwie so, und der wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst und dessen Rechtsnachfolger ist das Land Bayern. Der Freistaat Bayern. Wie auch immer du das, äh, nennen willst. Ja, ich möchte nicht, das Bayern gehört nicht zu uns. Und, ähm, dann ist es so, ja, dass natürlich, wenn man die Verwertungsrechte daran hat, ja, und, ne, das Urheberrecht, äh, und so, äh, dann kann man natürlich sagen, nö, ich will nicht, dass das gedruckt wird. Und das hat das Land Bayern gemacht. Jetzt ist aber so, 70 Jahre nach dem Tod endet die Schutzfrist für ein Werk. So, 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 so lange tot ist schon der Alte. Ja, der ist schon so tot, obwohl, der lebt ja eigentlich immer noch. Ja, in Argentinien. Ne, in der Antarktis doch. Ach ja, stimmt, beim Schwabenland. Ja, das muss man auch mal bei den Fakten bleiben, das muss man wissen. Ja, ja, das muss man wissen. Deutscher, deutscher Reichsflug, ne, deutscher Raumflug ab 1936, ne? Ja, ja. Ach, Team Axel Stoll. Oh, Mann. Ähm, was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Wobei ich deine Idee nicht schlecht fand, mit der 88 auf dem Rücken. Ja, Dr. Axel Stoll, der ist super, ja, kann man echt mal bringen. Naja, ähm, wir schweifen ab und verinsidern uns hier. Was noch zu sagen ist, ist, ähm, 70 Jahre nach dem Tod werden halt Werke gemeint. 2015 war's, ist soweit, oder? Hab ich ja, 70 Jahre nach dem Tod Adolf Hitlers. Wann ist Adolf Hitler gestorben? Äh, das Jahr reicht mir. Ich wollte, natürlich, ich will jetzt Witz machen. Ich weiß, 45. Ja. Aber der ist ja, hat ja sonst wo weitergelebt. Deswegen. In unseren Herzen, oder was meinst du jetzt? Nein, das hast du gesagt. Meint in Argentinien. Adolf Hitler ist ja auch in Wirklichkeit, also, Jimmy Wales und andersrum. Wie ist es, Jimmy Wales? Das ist doch der Wikipedia-Gründer. Ja, ja. Wieso ist der Hitler? Kennst du das nicht? Nee. Der stand doch immer mit dem Bild, weil das war doch immer so, hier übrigens, spendet doch mal, dann können wir unser Angebot aufrechterhalten. Und, äh, das war immer so, so gemacht, dass das Bild immer genau über den Überschriften der Artikel war. Ja, ja, genau. Wenn man halt Adolf Hitler angesteuert hat, konnte man so ein richtig schönes, richtig schön Screenshot machen, wo dann das Bild von Jimmy Wales war und drunter stand dann Adolf Hitler. Naja. Äh, und dann werden die Werke halt gemeinfrei. Ja, das heißt, jeder kann, äh, machen damit, was er will. So wie in anderen Ländern schon. Genau, zum Beispiel auch die, äh, deshalb gibt's auch immer ganz alte Texte, ganz günstig in diesen Reklamheften, weil, ne, die, die brauchen halt nur ihre Druckkosten. Richtig. Äh, nicht mehr. Diese Urheber-, diese Gratiskultur-Scheiß-Sache. Ja, echt mal, diese Kostenlos-Kultur. Immer wenn hier das Urheberrecht, also so geht's ja nicht. Richtig. Schutzrechte verlängern. Äh, ja, was heißt verlängern? Die dürfen einfach nicht mehr. Das war Satire. Nein, was heißt verlängern? Die dürfen nie enden. Oh, das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Und, ähm, wir. Auf jeden Fall hier zum My Kampf. My Kampf, wie My Hammer. Haha, ja, und mein, mein Mampf, ja, ja. My, mykampf.de, das wär auch schön. Oh, 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 da hab ich ne schöne, aber das ist 2015, okay. Ne online kommentierte Fassung, wo du so absatzweise kopierst. Grimmsmärchen sind auch gemeinfrei. Ja. Aber die alten Säcke auch sehr lange tot sind schon. Ich hab trotzdem 79 Cent für die Gesamtausgabe bei, äh, im iBookstore bezahlt. Das hat sich wirklich über den Tisch ziehen lassen. Wieso 79 Cent? Das ist nicht voll in Ordnung. Das war ein Witz. Ach so. Ach so. Ach so, siehst du, es ist viel zu spät für mich. Mann. Ähm, auf jeden Fall, ich find's einfach so ein bisschen scheinheilig, dass jetzt Bayern plötzlich um die Ecke kommt, ach, ach ja, unsere, machen wir schnell was, damit es nicht so aussieht, äh, äh, und so Panik. Ne, das ist aber gut. Ja, natürlich ist es gut, aber das ist jetzt, die hätten's schon vor 20 Jahren machen müssen. Oder vor 10 Jahren. Ja, gut, die hatten halt keine Eier, klar. Richtig. Aber die Idee sozusagen, wir bringen eine kommentierte Fassung des Werkes raus, völlig in Ordnung. Und dann auch noch zu sagen, wir lassen das in Schulen durch exerzieren, damit die Leute merken, was für ein Scheiß da drinsteht. Dass der Typ war einfach, ja, und dann, auch ein schöner Abschluss mit Adolf Hitler. Ja. Hitler ist ja eh immer gut für die Quote. Ja. Ähm, ja, jetzt wisst ihr wieder gesagt, zu Krimszeiten gab's in Deutschland noch gar kein Urheberrecht, bla, bla, bla. Geht euch sonst wo. So, ich leg jetzt auf hier. Also, das war, ähm, einzig noch Hinweis, nächste Woche Republika, äh, verfolgt uns, gewinnt Ärzte, Dingsda. Ähm, äh, und wir hören uns jeden Tag dann ab Dienstag im Republika-Wikigeeks-Anycast-Dingsda. Haben wir einen Namen dafür eigentlich schon? Nö, ich denk mir noch was aus. Ja. Begrüßung hab ich schon übrigens. Ja, hast du schon angekündigt, ich weiß. Der Typ, also, du, offiziell seine Aussage, er bereitet sich ja nie vor. Nee, nein, das ist in Wahrheit eine, in Wahrheit eine Vorratsbegrüßungsspeicherung. Nee, 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 hier, die ist hier oben drin. Und zwar nur, weil, die findest du uns irgendwann raus und dann wird mir das geklaut. Die ist nämlich gut. Und, das wird schön. Genau. Nächste Woche Republika. Und dann ist die nächste Sendung, äh, erst am 11. Mai. Nein. Wieso? Weil ich dann schon nach Dresden düse. Das hatte ich dir schon letztes Mal gesagt, aber ich hatte gedacht, das wäre der Termin. Das klären wir noch. Ja, dann haben wir jetzt keine Termine mehr. Oder am 12. Wir machen NRW-Spezial. Um 18 Uhr? Am 12. Das ist noch am 13. Am 13. Oh, sorry. Genau, am 13. Am Sonntag. Sonntags ist immer gut. Ja, dann machen wir das. Dann verschiebe ich das jetzt einfach mal nach rechts. Ach nee, das kann ich ja gar nicht, weil das ist ja abonniert. Ich bin doch jetzt nicht im Google-Länder, ich bin jetzt hier in Eikell, Mensch. Aber kannst du, wieso hast du nicht den richtigen Edit-Feed drin im Eikell? Oder ist alle einfach hochgepusht, du hättest dir recht. Nein, hab ich nicht. Jetzt reicht's auch. Irgendwann ist auch gut. Das war, ähm, Anycast. Ausgabe 4 hoch, äh, Quatsch. 2 hoch 4. Ausgabe 16. Und 4 hoch 2. Da denkt mal drüber nach. 2 hoch 3. Ausgabe 6 hoch, äh, Quatsch. 5 huy. 10 hoch. 3 hoch. 12 hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020